Guten Abend und herzlich willkommen zu der ersten Veranstaltung der Bildungsreihe. Wir können auch anders mit Dario Azzellini Betriebsbesetzungen und Produktion in Eigenregie als Antwort auf Krise und Arbeitslosigkeit. Mein Name ist Adriana G. Ich arbeite bei der Akademie für politische Bildung der Rosa Luxemburg Stiftung und es freut uns sehr, heute mit euch über Alternativen und Strategien sprechen zu können. Vor allem in diesen Krisenzeiten, in denen die immanenten Unzulänglichkeiten des globalisierten und kapitalistischen Systems offensichtlicher geworden sind. Nicht nur die voranschreitende Privatisierung, sondern auch die Spekulationsgeschäfte auf dem Finanzmarkt haben dazu geführt, dass die Staaten nicht mal Grundrechte wie Gesundheit oder Nahrung gewähren können. Betriebsschließungen, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, Verarmung und Ungewissheit gehören heute mehr als je zuvor zum Alltag auf der ganzen Welt. Welche Alternativen gibt es denn? Wann kommt eine Besetzung infrage? Was ist zu beachten? Wie verlaufen diese Kämpfe? Was verändert sich in den Betrieben? Diese und weitere Fragen werden wir heute mit Dario Azzellini besprechen, um gemeinsam Lichtblicke auf Strategien und Alternativen zu bekommen. Es ist eine Ehre für uns, heute Dario bei uns zu haben. Dario ist Doktor der Politikwissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt und Doktor der Soziologie der Universidad Autónoma de Puebla in Mexiko. Er gilt allgemein als der führende Wissenschaftler bezüglich Betriebsbesetzungen und Selbstverwaltung. Dario ist derzeit Visiting Scholar im Programm Lateinamerika-Studien der Cornell University und unterrichtet auch online in der Politikwissenschaftenabteilung der Montclair State University in den USA. Und in den vergangenen 15 Jahren hat er Dutzende Journalbeiträge, Bücher und Dokumentarfilme zum Thema veröffentlicht. Kurzum haben wir heute bei uns einen Experten. Seine gesamte Arbeit gilt als die umfassendste in den seit den 70er Jahren. Bevor ich Dario das Wort übergebe, noch ein kurzer Hinweis. Nächsten Mittwoch, den 13., beginnen wir mit unseren dreiteiligen Webinar dieser Bildungsreihe auch von Dario geleitet. Ihr seid alle herzlich dazu eingeladen. Ich lasse euch den Link zum Anmeldungsformular im Chat. Heute nach Darios Input. Wenn wir noch die Zeit dafür haben, uns zum Thema auszutauschen, schreibt gerne eure Fragen und Anmerkungen im Chat auf den Live-Sessions auf Facebook und YouTube. Dario, jetzt bist du dran. Du hast das Wort. Danke euch nochmal. Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank für die nette Vorstellung, Adriana, und für die Einleitung. Einen schönen guten Tag. Einen schönen guten Abend. Je nachdem, aus welcher Zeit Sony ihr zugeschaltet seid. Ich freue mich außerordentlich hier die Möglichkeit zu haben. Funktioniert das? Ja, hört ihr mich? Ja, okay. Ich freue mich außerordentlich die Möglichkeit zu haben, diese Veranstaltung zu machen. Wir wollen ganz viel Zeit haben am Schluss, um auch Fragen zu stellen. Falls es zwischendurch Verständnisfragen gibt oder bestimmte Fragen, dann schreibt die in den Chat rein. Es wird in der Stiftung Leute geben, die sich darum kümmern, sich diese ganzen Fragen anzugucken, zu sammeln. Dann je nachdem, da die Stiftung natürlich weiß, von was ich reden werde, die entweder gleich zu beantworten, oder einzubringen, oder eben im späteren Verlauf einzubringen. Heute ist übrigens ein interessanter Tag. Das war uns gar nicht so im Kopf, als wir das Datum beschlossen haben. Heute ist Karl Marx, 200, zweiter Geburtstag. Und interessanterweise hat Karl Marx genau, eigentlich ja nicht über die Zukunft, oder wie er sich eine sozialistische oder kommunistische Gesellschaft vorstellt, außer in einem Fall, wo er ein Beispiel untersucht hat. Und das war die Pariser Kommune, die ja natürlich ein Beispiel ist für die Übernahme von Betrieben unter Arbeiterkontrolle und in Selbstverwaltungen. Da schrieb Marx in der Einleitung im Bürgerkrieg in Frankreich, in der Ausgabe von 1891, wenn aber die genossenschaftliche Produktion nicht eitel Schein und Schwindel bleiben, wenn sie das kapitalistische System verdrängen, wenn die Gesamtheit der Genossenschaften, die nationale Produktion, nach einem gemeinsamen Plan regeln, sie damit unter ihre eigene Leitung nehmen und der beständigen Anarchie und den periodisch wiederkehrenden Konvulsionen, welche das unvermeidliche Schicksal der kapitalistischen Produktion sind, ein Ende machen soll, was wäre das anderes, meine Herren, als der Kommunismus, der mögliche Kommunismus? Wir würden das sicherlich sprachlich etwas anders ausdrücken heute, das mit der Anarchie anders ausdrücken und sicherlich auch nicht nur die Herren ansprechen, aber der Geist bleibt also, dass wenn er sich eine andere kommunistische, eine sozialistische Gesellschaft vorgestellt hat, eine Alternative zum Kapitalismus, dann ist das sozusagen die weiträumige Vernetzung der Selbstverwaltung der Arbeit. Okay, kommen wir jetzt noch mal kurz hier zu, nach kurzen Frage, warum ist das Thema jetzt eigentlich aktuell? Warum müssen wir jetzt, sollen wir jetzt drüber reden? Gibt es nicht eigentlich viel wichtigere Sachen, über die jetzt irgendwie gesprochen werden? Ja, es gibt verschiedene, aber das Thema ist insofern jetzt zentral und wichtig, weil die Krise ist ja durch diese ganze Pandemie-Geschichte eigentlich nur verstärkt worden. Es war vorher schon klar, dass diese globale Wirtschaftsweise und der Kommunismus immer mehr in die Krise kommen, also immer mehr aus produktiven Bereichen heraus, Geld herausgezogen wird, die Humankosten dort immer mehr, also die Arbeitskosten immer weiter gesenkt werden und entrechtet werden, um immer höhere Dividenden auszahlen zu können, um mit den Vorstellungen mithalten zu können, dass 10, 15 Prozent Gewinn eigentlich jedes Jahr möglich sein müssen. Dadurch sind unglaubliche Finanzblasen entstanden. Es gibt unglaubliche Mengen von sozusagen Surplus-Kapital, das nicht irgendwo angebracht werden kann, nicht produktiv angelegt wird und daher auch diese ganzen Blasen, wie zum Beispiel so Sachen wie das Uber, obwohl es bisher keinen Cent irgendwie Gewinn gemacht hat und ein schwarzes Loch ist, in dem die Milliarden verschwinden und die Investoren stecken da immer mehr Geld rein und genauso sieht das eigentlich mit den meisten dieser vermeintlich neuen digitalen Unternehmen aus. Das führt zu einer Erosion der Arbeitsverhältnisse, zu Entlassungen, zu Entrechtungen und so weiter und so fort. Die ist jetzt noch mal ganz massiv geworden mit Betriebsschließung, mit Kurzarbeit, mit etc. Und das wird zunehmen. Wir sind erst ganz am Anfang von dieser Krise, die von vielen als die voraussichtlich schlimmste seit der großen Weltwirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts betrachtet wird. Und wir sind ganz am Anfang insofern, dass es ja eine ganz normale Erfahrung ist, dass kapitalistische Unternehmer erst mal alle Gelder einsacken, wie es gibt. Also der Staat ist dann anscheinend doch richtig plötzlich. Und dann, wenn diese Überbrückungsgelder auslaufen, dann werden wir sehen, wie es zu den großen Entlassungen und Pleitungswellen und Pleiten und Betriebsschließungen kommt. Es ist jetzt schon direkt im Februar beobachtet worden, wie in verschiedenen entsprechenden Fachjournalen und Magazinen, wie die Automatisierung noch mal ganz stark zugenommen hat. Also plötzlich ist ja Unsicherheitsfaktor Mensch da. Und diese extrem beschleunigte Automatisierung, Digitalisierung wird zu noch mehr Betriebsschließungen führen. Das Ganze ist natürlich ein Kreislauf. Das heißt, es wird auch zu weniger Produktion führen und so weiter, weil weniger gekauft wird und so fort. So, was heißt denn diese Übernahme von durch die Arbeitenden? Die bedeutet nicht nur die Sicherung von Arbeitsplätzen, sondern ist auch wichtig, weil sie lokale Produktion und damit auch die lokalen und regionalen ökonomischen Kreisläufe erhält. Also ein Merkmal des voranschreitenden Kapitalismus ist die zunehmende Konzentration sowohl von Kapital als auch von Produktion. Das heißt, immer größere Gebiete werden faktisch völlig deindustrialisiert und pauperalisiert, also verelendet. Gleichzeitig besteht halt in dieser Übernahme, und dazu werden wir im Verlauf der Veranstaltung noch kommen, die eine ganz große Möglichkeit tatsächlich auf Produktion umzustellen, nachhaltig und mit Blick auf die Umwelt. Also, was tun, wenn ein Betrieb schließt? Was gibt es eigentlich für Perspektiven? Für ältere Mitarbeiter kann das eine Arbeitslosigkeit bis zur Rente bedeuten und wenn es eine Abfindung gibt, dann reicht die eigentlich kaum. Also, das klingt immer total viel. Oh, 50.000 Euro Abfindung. Gut, wie lange reichen denn 50.000 Euro, wenn man kein Einkommen hat oder Familie hat eventuell noch irgendwelche Zahlungsverwaltung und so weiter. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Arbeiter und Arbeiterinnen in Ländern ihre Betriebe besetzt und dafür gekämpft, ihn in Selbstverwaltung weiterzuführen. Ja, das im Zuge der Krise ab 2008 hat er eigentlich diese Betriebsbesetzung ganz stark zugenommen. Das ist eigentlich das Zeichen dafür, dass die Folie weitergeht. Danke. Und es ist eine unglaubliche Vielfalt von Betrieben. Also, wenn die Frage zu beantworten, was für Betriebe können eigentlich besetzt werden, kann man nur antworten, alle. Es gibt immer die Möglichkeit, entweder das weiterzubringen. Manche können das weiterproduzieren, was wir hatten. Andere stellen um. Dazu kommen wir gleich noch. Aber es gibt unter den Betrieben, die seit 2008, also 2008, sagen wir mal, ging die letzte Welle los. Die erste Welle, dazu kommen wir gleich noch mal, war ursprünglich, begann in Argentinien in der Krise 99, 2000, 2001. Aber unter diesen Betrieben der letzten Jahre finden wir alles. Also von Schiffswerften über Fastfood-Restaurants, Restaurants, Metallbetriebe, Textilfabriken, Schuhfabriken. Alles, was man sich vorstellen kann. Großdruckereien, kleinere Druckereien, Lebensmittelproduktionen, Hotels, Medien, Zeitungen und so weiter. Also seit 2008 allein gab es in Argentinien allein über 140 Neubesetzungen. Und es wird gar nicht mehr so propagiert, steht nicht mehr so im Fokus international, wie es vorher der Fall war. Aber 140 Betriebe sind jetzt allein 36, mindestens 36 unter der Makri-Regierung. Interessanterweise da auch viele Medien. Mindestens 40, wahrscheinlich viel mehr in Venezuela. Mindestens jeweils eins bis drei in Italien, Frankreich, Griechenland, Bosnien, Kroatien, Tunesien, Ägypten, Indien, in den USA, in der Türkei. Und zusätzlich, also da ist nochmal eine Unterscheidung zu machen, in Europa wurden auch hunderte von Betrieben in Genossenschaften umgewandelt, vor allen Dingen in Spanien, Frankreich und Italien. Und das geschah durch die sogenannte Praxis der Workers-Buy-outs. Das heißt, es gab eigentlich keinen größeren Kampf oder Konflikt, sondern in der Regel kam es zu irgendeiner Form von Angebot, dass die Arbeitenden eben diese Betriebe aufgekauft haben mit ihrem Kapital. Das ist nochmal sehr verzwickt. In manchen Fällen kann man das durchaus mit Genossenschaften unter Arbeiterkontrolle vergleichen. In anderen Fällen allerdings ist es sehr problematisch, weil zum Beispiel die Beschäftigten über eine unterschiedliche, erstens über individuelle Anteile verfügen, über unterschiedliche Anteile von Anteilen. Also es gibt einen Fall von einer Klebebandfabrik für industrielles Klebeband in Italien. Da ist dann, die ist so umgewandelt worden, dass 50 Prozent ist ein externer Investor, 50 Prozent ist Genossenschaft. In der Genossenschaft haben die Angestellten doppelt so viele Anteile wie die Arbeitenden, weil sie mehr Geld hatten. Es ist also, wie gesagt, nicht die Fälle, die ich mir konkret angucke. Aber eben halt auch ein Ausgang dieser Sache, aber eben in einem viel engeren, sagen wir mal, kapitalistischen und marktwirtschaftlichen Rahmen, der auch viel weniger Möglichkeiten offen lässt, für die Beschäftigten tatsächlich eine demokratische Selbstverwaltung einzuführen. Wie gesagt, also der Beginn, nochmal zurück kurz, der Beginn der massiven Betriebsbesetzung war in Argentinien mit der Krise 2000, 2001. Es folgten in Uruguay und Brasilien weitere Besetzungen und in Venezuela dann ebenfalls. In Venezuela war das weniger, war weniger von der tatsächlichen ökonomischen Krise bedingt durch die Weltwirtschaft betroffen, sondern vielmehr dadurch, dass die Unternehmer einfach angesichts der neuen Regierung, Chavez-Regierung damals Kapital abgezogen haben und Betriebe zugemacht haben, weil sie eben nicht mehr Steuern zahlen wollten und die neuen Arbeits- und Sozialpolitiken nicht akzeptieren wollten. Anfang 2020 kommen wir dann zu so einem Gesamtüberblick und sagen, in Argentinien existieren über 400 von diesen rückeroberten Betrieben unter Arbeiterkontrolle, nämlich die RBA, rückerobert, weil es dieses sozusagen einerseits diese Dimension hat von Sicht und das nehmen, was einem sowieso gehört. Also die Betriebe sind ja nicht von der Arbeit der Kapitalisten aufgebaut worden, sondern von der Arbeit der Arbeitenden. Und da haben über 15.000 oder es arbeiten in diesen Betrieben über 15.000 Menschen. In Brasilien sind es mindestens 78, solche Betriebe übrigens mit über 12.000 Beschäftigten, weil ein sehr großes Werk Zuckerrohranbau und Verarbeitung dabei ist. In Uruguay 22, in Venezuela über 100 und dann wie gesagt weitere in verschiedensten Staaten der Welt, auch bis nach Nordafrika, Indien und Südostasien. Die Geschichte geht übrigens sehr weit zurück. Also wir erfahren in der Regel sehr wenig über diese Übernahmen. Warum? Weil wir ja irgendwann in dieses, sagen wir mal endgültig Anfang des 20. Jahrhunderts nach der Niederlage der großen Rätebewegung sind wir sozusagen zurückgegangen in die Zeit der Repräsentation. Auch die Linke ist repräsentativ organisiert über Parteien und Gewerkschaften. Das heißt, es gibt in der Regel wenig Interesse daran und wenig Bewusstsein dafür, so eine Selbstverwaltung vorzustellen. Aber wir finden eine kleine Fußnote, zum Beispiel Kapital im dritten Band. Da bemerkt Engels, in einem von mir bekannten Fall wurden nach der Krise von 1868 ein verlierter Fabrikant bezahlter Lohnarbeiter seiner eigenen früheren Arbeiter. Die Fabrik wurde nämlich nach dem Bankrott von einer Arbeitergenossenschaft weitergeführt und der ehemalige Besitzer als Dirigent angestellt. Also die Betriebsbesetzung und Arbeiterkontrolle gibt es von daher eigentlich seit über 160 Jahren. Kaiser-Kommunen habe ich schon genannt. Und es gab sie in allen Situationen, die wir uns vorstellen können, in allen verschiedensten Krisen und Umbrüchen. Also zum Beispiel in den ganzen wirtschaftlichen Krisen und Kämpfen des 19. Jahrhunderts. Dann, wie ich schon genannt habe, in den Revolutionen Anfang des 20. Jahrhunderts, zum Beispiel in Österreich, Ungarn, Deutschland, Italien, Russland, bis nach Spanien in den 30 Jahren, in den ganzen zusammengebrochenen oder in vielen zusammengebrochenen Ökonomien des Zweiten Weltkriegs, unter anderem in Frankreich oder in Japan, wo einfach massen Fabriken von Beschäftigten übernommen wurden, um die Produktion sicherzustellen. Ich will nur einen kurzen historischen Überblick machen. Wir kommen gleich zu den aktuellen Sachen, die stehen im Zentrum. Ich denke aber, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass Arbeitende immer und in allen Krisen und in allen Situationen die Betriebe übernommen haben, um die Produktion zum Wohle ihrer eigenen Klasse, zum Wohle der Bevölkerung und ihrer eigenen Communities sicherzustellen und die Kapitalisten dazu zu zwingen, oder entweder dazu zu zwingen, wie das in Japan war. Das war eine komische Form von Arbeiterkontrolle. Es wurde eigentlich vornehmlich gemacht, um die Kapitalisten zu zwingen, das zu machen, um zu produzieren. In anderen Fällen wurde die Produktion wirklich tatsächlich komplett übernommen, inklusive des Managements und allem. Aber es sind eben die einzigen, die tatsächlich sicherstellen können, dass der Produktion im Interesse der Bevölkerung stattfindet. Also nochmal zurück. Die im nächsten antikolonialen Befreiungskämpfen, Algerien, Indonesien zum Beispiel. In Indonesien ist nach der Unabhängigkeit Unabhängigkeit wurde das komplette landesweite Zugsystem mit zwei Jahren unter Arbeiterkontrolle organisiert und geführt. Wir haben ja im afrikanischen Sozialismus, Tansania, Burkina Faso, Mosambik, da ist das ganz zentral mit der Arbeiterkontrolle. In anderen Staaten, in den Peripherien, gab es in allen möglichen politischen Aufbruchsphasen oder Devolutionen, zum Beispiel in Indien, Ägypten, Peru, Sri Lanka, Iran, Nicaragua, auch in Jamaika gab es Arbeiterkontrolle und Übernahmen von Betrieben. In demokratischen Revolutionen, Transformationen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Portugal, Argentinien in den 70ern, Brasilien, Bolivien in den 50ern, in Chile und Allende. Selbst in realsozialistischen Staaten gab es das mit und meist gegen den Staat, zum Beispiel in Jugoslawien oder Polen, in Arbeiterinnenaufständen, in Ungarn 56, in der CSSR 68, in Polen 81, dann auch in Aufständen und Arbeitskämpfen in den kapitalistischen Staaten. Anfang der 1980er in Italien, Frankreich, Deutschland, Schweiz, USA, Australien, Schweden, Malta, Südkorea, überall dort wurden Betriebe tatsächlich, gab es riesige Bewegungen und Betriebe wurden besetzt und unter Arbeiterkontrolle in Großbritannien. Ganz krasse Kämpfe dann gegen die kapitalistische Umstrukturierung Ende der 70er bis 2000er in Kanada groß benimmt. In Kanada zum Beispiel wurde Anfang der 80er die nationale Telefongesellschaft neun Monate lang von den Beschäftigten besetzt und organisiert und verwaltet. Übrigens über 90 Prozent der Beschäftigten waren dort Frauen, die das alles organisiert haben. Gut, jetzt haben wir einen großen Unterschied nämlich. Alles, was ich dargestellt habe, also historisch haben diese meisten Besetzungen und Übernahmen der Selbstverwaltung in den ganzen Jahren im Rahmen von großen Offensiven, also die Arbeiterbewohnung war stark, es ging darum, Revolution zu machen, die Gewerkschaften waren gerade in der Phase der Stärke oder haben beziehungsweise gegen die Versuche, sie zu zerschlagen, halt angekämpft, etc. Die ganzen Besetzungen der letzten 20 Jahre finden aber in völlig defensiven Staten statt. Also Andrés Ruggeri, ein Kollege, übrigens hier sehen wir bei den Bildern, habe ich überall irgendwelche Betriebe, also wir sehen unten hier das Hotel Bauen in Buenos Aires, ganz rechts ist eine Klinik, auch in Argentinien, in einer anderen Stadt. Da gibt es überall auch interessante Geschichten zuzuerzählen und Erfahrungen zu analysieren. Andrés Ruggeri ist der Gründer und Leiter eines Instituts an der Universität von Buenos Aires, was sich mit den wiedereroberten Verbrechen beschäftigt, sie untersucht und dazu arbeitet und auch Unterstützung und Zusammenarbeit mit anbietet und eigentlich eine Mischung aus Aktivisteninstitut und Wissenschaftsinstitut ist. Es ist übrigens das, wo auch wegen der Anzahl in Argentinien, die im größten Umfang tatsächlich systematische Arbeit zu diesen Betrieben stattfindet. Die ganzen Zahlen, die ich vorher genannt habe, die sind auch immer mit Vorsicht zu genießen, weil man bekommt oft gar nicht mit, wo tatsächlich Betriebe besetzt werden oder übernommen werden und in vielen Ländern bekommt man es gar nicht mit, international auch nicht. Es gibt eigentlich eine systematische Forschung, dazu gibt es nur in Argentinien und in Uruguay. Und in Brasilien gibt es zwar auch einen großen Zusammenhang von Leuten, die sich damit beschäftigen und das untersuchen, zugleich aber ist das Land einfach so riesig und die Ressourcen sind irgendwie nicht vorhanden, um jedes Mal, wenn sie hören von einem Betrieb, dann auch tatsächlich da hinzufahren und zu gucken, sich anzugucken, ja, ist das denn jetzt so eine Übernahme tatsächlich für Vergesellschaftung und Unterarbeiterkontrolle oder nicht? Die Informationen sind sehr, sehr unklar häufig. Und in allen anderen Ländern gibt es keine systematische Forschung oder irgendwelche, sagen wir mal, landesweiten Strukturen, die sich systematisch damit beschäftigen. Das heißt, die Zahlen sind mit Sicherheit viel höher. Also ich höre selbst immer wieder von Ländern, die ich nahe verfolge, wie zum Beispiel Italien, von neuen Fällen, von denen ich vorher nicht wusste und die man sich mal genauer angucken muss. Aber nochmal zurück, also was charakterisiert heute diese ganzen Besetzungen? Die Entwicklung von Prozessen der Arbeit, der Selbstverwaltung unter sehr schwierigen und rein defensiven Bedingungen. Also Verlust von Arbeitsplätzen in einem Kontext von allgemeiner Krise ohne bedeutende Unterstützung oder Linderung von Seiten von Parteien, Gewerkschaften oder staatlichen Programmen. Es handelt sich um Prozesse der Selbstverwaltung, welche zu Beginn nicht aus revolutionären oder antikapitalistischen Willen entstehen, sondern aus der Situation der Not und Verlassenheit, in der sich die Arbeiter befanden. Und das ist wichtig. Das ist wichtig. Das markiert einen wichtigen Unterschied. Und es markiert auch gleichzeitig, sehen wir ja, dass sie trotzdem zu Hunderten erfolgreich sind. Das heißt, das vorher vorhandene vermeintliche revolutionäre Bewusstsein ist gar nicht zentral bei dieser Sache. Und das ist das Interessante eben auch an diesen Prozessen. Also nicht nur an dem Prozess dann eben aus der politischen, analytischen Sicht, sondern eben auch aus der konkreten Sicht der Arbeitenden, die sich für so eine Besetzung und Übernahme einsetzen. Es ist nicht wichtig, dass alle Kollegen und Kolleginnen sozusagen vorher schon die Einsicht teilen, dass man den Kapitalismus abschaffen und überwinden muss und dass man irgendwie den Betrieb besetzt und dass die Betriebsbesetzung eine Ablehnung des Privateigentums an Produktionsmitteln bedeutet, ist nicht wichtig. Was wichtig ist, ist sozusagen in dieser konkreten Situation eine Alternative aufzuzeigen. Und das organisiert die Leute, das organisiert die Arbeitenden in den Betrieben und bringt sie zusammen. Der Rest folgt, der Rest folgt. Der Rest wird darauf folgen, indem man in die Konflikte geht, indem man sieht, wer ist eigentlich solidarisch, welche, auf was stößt man in diesen Kampf, der tatsächlich ein Kampf gegen das Kapital ist und gegen die Kapitalverhältnisse und etc. Das heißt, das ist ganz wichtig, das immer im Kopf zu behalten. Mich erinnert das immer an eine Situation, wo ich war damals, die Krise in Griechenland war schon im vollen Gange. Ich bin hingefahren nach Griechenland und da mit diversen Genossen und Genossinnen zusammengekommen und hatte damals dann das erste Buch, was ich dazu veröffentlicht hatte, schon dabei. Hours to master and to own auf Englisch, die endlich entdeckte politische Form auf Deutsch, wo ein bisschen Überblick zur Geschichte, historische Beispiele, aktuelle Beispiele drin sind, zu Betriebsbesetzung, Übernahmen, Arbeiterkontrolle. Und die verschiedensten Genossen und Genossinnen, auf die ich in Argentinien traf, die sagten alle, in Argentinien, in Griechenland traf, sagten alle, ja, das ist ja alles schön und gut, wäre ja wirklich schön. Das wird es hier nicht geben. Das ist hier nicht Lateinamerika. Die sind hier anders drauf, die Arbeiter und Arbeiterinnen. Das wird hier nicht passieren. So, kurze Zeit später, was passiert? Viome, vielleicht heute eines der bekanntesten Beispiele in Europa. Die Fabrik, ehemalige Fabrik für chemische Baustoffe in Thessaloniki, seit Jahren besetzt und unter Arbeiterkontrolle produziert, Bio-Seifen, Bio-Reinigungsmittel und so weiter, etc. Es sind weitere Besetzungen gefolgt in Griechenland. Aus einigen sind tatsächlich Projekte hervorgegangen. Also aus einer Zeitung ist eine Arbeiterzeitung hervorgegangen. Es gab Besetzungen, regionale Fernsehanstalten in Thessaloniki. Es gab Hotelbesetzungen. Es gab verschiedene andere, die aus unterschiedlichen Gründen dann zum Teil was geworden sind oder nicht. Oder sozusagen einen Betrieb gerettet haben und dann tatsächlich dann irgendwann wieder eine staatliche oder private Kontrolle erfolgt. Es gibt unterschiedliche Gründe. Aber es gab diese Besetzung dann ganz massiv. Also offensichtlich war die Einschätzung, die Arbeiter seien da ganz anders drauf als in Lateinamerika. Und das würde nie passieren. Nicht ganz richtig. Diese Kämpfe, diese Besetzungen sind ganz genuine und selbstorganisierte Arbeiterkämpfe. Für die Arbeiter und Arbeiterinnen ist das natürlich alles völlig neu. Also die haben ja nie daran gedacht, dass sie jetzt irgendwie den Betrieb übernehmen müssen oder sollen oder werden, dass sie besetzen, dass sie selbst diese Entscheidung nehmen. Die haben auch keine Erfahrung da drin natürlich. Aber eins sollte man nie vergessen. Also wer noch nie in solchen Arbeitsprozessen drin war, ich habe in diversen Unternehmen und tatsächlich gearbeitet in jüngeren Jahren und wiederhole dennoch, ich bin kein Arbeiter. Also wenn irgendeinen Betrieb besetzen will, ich kann Kontakte machen. Ich will es aber nicht, obwohl ich 150 Betriebe besucht habe weltweit. Ich bin kein Arbeiter. Ich kann Arbeiter und Arbeiterinnen nicht davon überzeugen, Betriebe zu übernehmen. Das können nur andere Arbeiter und Arbeiterinnen, die in der konkreten Erfahrung stecken. Aber um nochmal darauf zu kommen, was man nicht vergessen darf, wer die Arbeitsabläufe am besten kennt, sind die Arbeitenden. Kein Chef, kein Manager, Niemand kennt die Arbeitsabläufe so gut und so genau, wie die konkret Arbeiten. Denn es geht darum, dieses Wissen zu kontextualisieren und systematisieren. Okay. Die Ausgangsbedingungen sind meistens eigentlich ziemlich schlecht. Also alte Maschinen, der verkauft die Maschinen oder schafft sie raus. Die alte Produktion kann aus unterschiedlichen Gründen nicht wieder aufgenommen werden oder will nicht wieder aufgenommen werden. Also zum Beispiel bei der Tessaloniki hatten zunächst, bekamen sie die verschiedenen Ressourcen gar nicht geliefert, um tatsächlich wieder chemische Baustoffe zu produzieren. Aber sie wollten auch nicht. Also sie wollten umstellen auf eben, dass sie ja täglich damit zu tun haben und plötzlich die Möglichkeit haben, was anderes zu entscheiden, auf biologische und arnische Produktion umstellen. Dann haben solche Betriebe kein Kapital, weniger Zugang dazu als privatkapitalistische Betriebe. Die Zulieferer und Vertriebsnetze sind nicht mehr vorhanden. Die wollen die Schulden von den Alteigentümern beglichen sehen, bevor sie wieder liefern. Wer beteiligt eigentlich überhaupt an den Kämpfen? Die Jüngeren verlassen häufig den Kampf oder die Besserqualifizierten. Die glauben, sie finden irgendwo was anderes. Ich betone, sie glauben, weil sie tatsächlich nämlich oft nichts anderes finden. Also die oder nichts Besseres. Und natürlich geht es ja darum, du willst ja mit diesem Betrieb tatsächlich wieder auf dem kapitalistischen Markt konkurrieren. Musst du ja. Also in den meisten Fällen bleibt nichts anderes übrig. Es gibt wenig Betriebe, die sozusagen in reinen Nischenmärkten überleben können. Und du tust das Ganze in der Krise, also wenn jemand anders aufgegeben hat. Also das sind nicht gerade die besten Bedingungen, um anzufangen. Aber ich möchte mal ein paar Beispiele nennen, um aufzuzeigen. Jetzt konkret in Europa. Wir kommen zu Europa. Nämlich, ich dachte mir, ich wähle zwei Beispiele aus, die sehr unterschiedlich sind, die beide aber sehr nah sind. Und von daher uns einen viel starken Eindruck davon geben, was ist möglich und was ist nicht möglich und wie. Also Fralip-Teefabrik gehörte zu Lipton Unilever, ist in Frankreich, in der Provence und die haben Kräuter- und Früchte-Teebeutel produziert. Und unter anderem die 120 Jahre alte Marke Tee Elephant, wer das vielleicht kennt, wer oft in Frankreich war, das Logo war so ein indischer Elefant, ein stilisierter, sehr bekannt. 2010 beschließt Unilever die Produktion zu sprengen und die Maschinen und alles nach Polen zu verlagern. Aber dann haben sie den Betrieb sofort besetzt, haben auch tatsächlich Unterstützung von der kommunistischen Gewerkschaft CGT erhalten. Und am Beginn waren es noch 182 Beschäftigte, die vormals Beschäftigte, nach drei Jahren 76. Das hat er nochmal abgenommen. Manche haben auch einfach das Rentenalter erreicht. Ihre Forderung war, dass sie die Fabrik und den Markennamen erhalten. Und ihr Vorhaben war, Produktion auf Bio- und Naturaroma-Kräutertees mit vorwiegend regionalen Produkten umzustellen. Manchmal laufe ich immer noch vor zum Computer und will das Powerpoint weitermachen. Was natürlich gar nicht bei mir liegt, sondern bei Adriana. Ja, die meisten Besetzungen, was interessant so wichtig ist, also auch für Kämpfe, für andere Kämpfe, die es zu entwickeln geht, es gibt eigentlich drei Säulen, die wichtig sind. Produktion, also es geht um Betrieb. Betrieb muss produzieren. Wenn ein Betrieb nicht produziert, ist er kein Betrieb. Es soll nicht eine Konzerthalle werden, sondern ein Betrieb muss nachweisen und zeigen nach außen, das ist die beste Werbung sozusagen, es kann produziert werden. Zweitens, öffentlicher Protest und Solidaritätskampagne. Das ist ganz wichtig. Oft ist irgendwie so das Denken da, ja, wenn wir den Kampf nicht so bekannt machen, dann haben wir vielleicht mehr Chancen, wenn wir nicht zu viel Aufsehen erregen. Nein, falsch. Es geht darum, so viel Aufsehen zu erregen, wie möglich. Und dann eben den juristischen Kampf weiterzuführen. Das haben die auch bei Uni Leva gemacht. Also die haben dann mehrmals erreicht, dass die verpflichtenden Sozialpläne bei Schließungen, dass sie immer wieder annulliert werden von den Gerichten als unzureichend. Dass die offiziellen, die hatten die Fristen nicht eingehalten für Entlassungen, dass das sozusagen immer wieder annulliert wurde. So wurden die in 2010 geschlossen, aber tatsächlich konnten die offiziellen Entlassungen erst 2015, September stattfinden. Solange musste Uni Leva auch die Löhne weiterzahlen, was sozusagen eine gute Voraussetzung und Bedingungen waren, damit weiter produziert werden konnte oder beziehungsweise Überproduktion nachgedacht werden konnte und Testproduktionen laufen konnten. Es muss aber auch dafür gekämpft werden, dass diese Löhne überhaupt ausgezahlt wurden. Ende Mai 2014 kam es dann endlich zur Einigung. Und haltet euch fest, also die Uni Leva willigte letztendlich ein, insgesamt 20 Millionen Euro diesen 136 Arbeiterinnen, die dann noch fest angestellt waren nach der ganzen Logik oder zum Schluss der Fabrik, für eine Kooperative, für eine Aufbau einer Kooperative zu zahlen. Sieben Millionen waren davon die Maschinen, die Anlage, das Gebäude und so weiter. Die wurde dann im Mai 2015 entstand daraus die Société Kooperative Publiere, Provence Olve, Té de Funcion, also Genossenschaft. Die produzieren heute über 30 schwarze, grüne Kräuter- und Früchteteesorten der Biomarke Skopti und des Tees mit Naturaromas 1336, was übrigens ein wunderschöner Name hinter der Geschichte, dahinter steckt die Geschichte, dass sie 1336 Tage lang den Betrieb besetzt gehalten haben, bevor sie den Kampf gewonnen haben. Denn es ist ein hochindustrieller Betrieb, moderne Maschinen, sehr moderne Maschinen und einen notwendigen Umsatz von 4 Millionen Euro jährlich, der 2019 fast erreicht wurde. Sie sind davon ausgegangen, dass sie den Turnaround 2020 erreichen. Das ist jetzt sehr problematisch geworden mit der ganzen Krise. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ihre Produktion muss in Supermärkte rein, um sowas zu erreichen. Aber es ist eben auch ein ganz bedeutender Teil und dieser Teil ist ihnen sehr wichtig und sie pflegen ihn intensiv im Alternativsektor, Solidarwirtschaft, Bio-Läden, kleine Läden, direkte Unterstützung und so weiter und so fort. So, es sind im Moment 42 Arbeiterinnen fest angestellt. Die verdienen monatlich 1600 Euro. Das ist etwas weniger als ein verpflichtender Industrielohn, Industriearbeiterinnenlohn in Frankreich, aber eben doch ein ganz ansehnliches Einkommen und der Direktor erhält 2000. Also unter den Arbeiterinnen gibt es zwei Gruppen. Der Unterschied wird eigentlich vorwiegend an den Familienverhältnissen festgemacht und der Direktor erhält 2000. Das ist so geregelt durch die Tarifverträge. Das ist sozusagen das niedrigste Gehalt, was ein Direktor überhaupt irgendwie beziehen darf in einem Unternehmen. So, zweites Beispiel, RimaFlo bei Mailand. Das ist eine Fabrik, die musste sich komplett neu erfinden. Also die haben Aircondition-Rohre für Autos produziert, für vorwiegend BMW. BMW kauft ganz sicher keine Aircondition-Rohre von einem besetzten Unternehmen. Ganz egal, was ist. Das Unternehmen wurde einfach von einem Investor gekauft und zugemacht, trotz guter Auftragslage. Es hatte einen weltweit renommierten Namen als Zulieferer für Autoteile und es ging dem Unternehmer eigentlich nur darum, diesen Namen zu haben. Überhaupt nicht die Produktion aufrecht zu erhalten. Die Arbeiterinnen haben besetzt, dann erreicht, dass dieser neue Investor dann erstmal irgendwie kam. Der hat allerdings überhaupt nicht produziert, weil er, wie gesagt, nur auf Namen interessiert war und hat gleich wieder zugemacht. Die Maschinen wurden da abtransportiert. Also das heißt, die fanden sich plötzlich vor einer leeren Halle vor, als sie da irgendwie wieder besetzt haben. Und haben aber trotzdem besetzt mit Ex-Arbeiterinnen und mit weiteren Arbeiterinnen aus anderen, aus einem, vorwiegend aus einem anderen Unternehmen, was auch irgendwie in den betrügerischen Konkurs gegangen war, so wie eben Rimaflo. Rimaflo auch. Rimaflo, wurde das dann später von den Arbeiterinnen gesagt. So, die alte Produktion kann also überhaupt nicht weitergehen und 20 Arbeiterinnen beginnen zu überlegen und sich vollständig neu zu erfinden. Und das ist eben interessant, weil es gibt Möglichkeiten, solche Sachen weiterzuführen. Wir sind dann auch mitten in der Diskussion um die industrielle Konversion. Ganz wichtige Diskussion. Ja, wir wollen ja nicht den gleichen Mist, muss man sagen, in vielen Fällen weiter produzieren. Es soll ja auch eine Erinnerung stattfinden. Und tatsächlich, das ist in manchen Untersuchungen beziehungsweise in manchen Fabriken, in Venezuela zum Beispiel in einer Fabrik, haben die das die Vorstellungskraft oder die Fantasie der Arbeitenden genannt. Sobald eben tatsächlich die Arbeitenden befreit werden von diesen Fässern, die sie einlängen im Denken, in der Produktion und so weiter, sind A, die Prioritäten andere als hoher Lohn und B, es kommen unglaublich viele Vorschläge und Ideen, was eigentlich alles gemacht und produziert werden kann. Sie haben angefangen, Computer und Haushaltsgeräte, also die Waschmaschinen, Ventilatoren, alles Mögliche einzusammeln. Also sie haben ganze Hallen voll damit gehabt und das Ganze zu reparieren, zu upcyceln, neu zusammenzusetzen und dann wieder zu verkaufen und zu vertreiben. Die haben eine Mensa eröffnet, wo sie gekocht haben mittags auch für Arbeitende aus anderen Fabriken im Umland, haben Kulturaktivitäten in der Nachbarschaft organisiert, haben in einer Halle einen Flohmarkt organisiert, der wurde ihnen dann verboten, weil es irgendwie ein Industriegelände ist, nämlich Handelsgelände. Sie haben sich mit Biobäuerinnen vernetzt, produzieren jährlich nach der Tomatenernte Bio-Tomatensoßen und sie haben angefangen, Likör zu produzieren. Dazu komme ich nochmal, weil das ist eines ihrer erfolgreichsten Unternehmen. Ab 2015 haben sie dann Recycling und Wiederkauf von Industriepaletten organisiert. Sie sind überall rumgefahren und haben die gebrauchten Industriepaletten eingesammelt von Industriebetrieben, haben die dann wieder in Ordnung gebracht und den Unternehmen wieder verkauft. Und ab 2017, wie gesagt, das größte oder eines der erfolgreichsten Initiativen, die sie gemacht haben, Destillerie und professionelle Alkoholikerproduktion beginnt. Auch sehr interessant. Die Kooperative hatte dann immer einen legalen Status, aber die Fabrik blieb legal und eine Besetzung, immer wieder mit Räumungsandrohung. Also auch nochmal, dass es möglich ist, tatsächlich legale Produktion und legale Kooperative zu machen, dass es richtig nicht aus Legalität sind, sondern tatsächlich um Rechnung ausstellen zu können, um mit dem Finanzamt im Klaren zu kommen. Denn in so einer Situation hat man alle zum Feind, die man sich vorstellen kann und beliebte Mittel sind dann konstruierte Verfahren über Finanzamt oder über andere Sachen. Und wir sehen das auch gleich nochmal bei Remaflow, was dann tatsächlich gelaufen ist. Also die sind ganz lokal verankert, unterstützen Arbeitskämpfe. Ganz interessant, diese komplette Küchenausrichtung, Einrichtung, um die Mensa einzurichten, hat Remaflow zum Beispiel erhalten, weil sie in Provo den Kampf der Beschäftigten der Mensa in einem Krankenhaus unterstützt haben. Dort sollte die Mensa privatisiert werden. Remaflow, die Beschäftigten haben sich ganz stark eingesetzt für diesen Kampf. Alle zusammen haben erreicht, dass die Mensa nicht privatisiert wurde, sondern sie erhalten blieb. Die Beschäftigten dann erreicht haben, dass natürlich sie komplett modernisiert wurde. Und die Beschäftigten haben daraufhin entschieden, die komplette alte Mensa und alle Einrichtungen und Geräte an Remaflow zu spenden aus Dank für die Unterstützung. Sie koordinieren sich mit besetzten Bauernhöfen, besetzten sozialen Zentren, solidarökonomischen Akteuren und so weiter. Zum Beispiel mit Genossenschaftskooperativen, die in Süditalien Zitronen anbauen und ernten und eine Selbstverpflichtung haben, den Saisonarbeitern faire Löhne zu bezahlen und faire Lebensbedingungen zu geben. Und mit diesen Bio-Zitronen wird dann dieser Zitronenlikör, der eigentlich Limoncello heißt auf Italienisch produziert, aber hier Limoncello ist der Rimoncello, also alles, was Rie heißt, Revolutione, etc. Daraus ist dann eine weitere Initiative entstanden, nämlich Amaro Partijano und Magenpeter zu produzieren, gemeinsam mit dem Institut für Partisanenstudien. Die Idee auch dahinter ist dann, von jeder Flasche geht ein Anteil an das Institut für Partisanenstudien. Beide waren ziemliche Knaller, sehr viel verkauft, also tausende und zehntausende Flaschen und von daher ist dann tatsächlich eine Distillerie eingerichtet worden und eine industrielle Produktion hat begonnen. Die Kerngenossenschaft hat 17 Vollzeitkräfte, die 800 bis 900 Euro netto erhalten. Ein Arbeitslohn in Italien ist bei 1300 in Handel oder Industrie, also nicht sehr viel. Zusätzlich kommen noch 70 Selbstständige dazu, die Büros und Werkstätten bei Remaflo haben und mittlerweile sind es noch mehr. Ich komme gleich noch mal zu der Geschichte, wie das weitergeht. Die Recycling Produkte werden vornehmlich lokal und regional vertrieben, zum Beispiel die ganzen recycelten Laptops und Computer gehen an Altenheime oder an andere Einrichtungen, wo es nicht notwendig ist, so einen riesigen schnellen Prozessoren oder sonst irgendwas zu haben, weil die Aufgaben nicht so umfassend sind, die da vorgenommen werden. Lebensmittel und Alkoholiker werden stark über Solidaritätsnetzwerk und Solidarökonomie verkauft. Sie haben sich beteiligt an dem Aufbau von einem italienweiten Netzwerk, was Fuori Mercato heißt, also außerhalb des Marktes, in dem regelmäßige Märkte stattfinden, wo Erzeuger direkt an Verbraucher verkaufen. Okay, so, jetzt können wir hier sehen, wir übrigens nochmal diese schöne Werbung, das ist der dritte erfolgreiche Alkohol, den sie produziert haben, nämlich Wodka Kollontai. Wodka Kollontai ist zusammen mit LGBT-Kollektiven organisiert worden und von jeder Flasche geht etwas ab, um sichere Räume für bedrohte LGBT-Personen sicherzustellen. die Werbung ist, die Werbung ist, der Konsens, die Zustimmung ist keine Option, sondern die Grundlage für alle Beziehungen. Ich entscheide für mich selbst. So, okay, Besitzer, Eigentümer dieses Werkes waren die Bank Unikredit, einer der größten Banken Europas, der jahrelange über Abkommen verhandelt, verweigert aber letztendlich die Unterschrift, fabrizierte eine Korruptionsklagen gegen Remaflow, der Vorsitzende saß tatsächlich Monate in Haft bis zum Freispruch, das war nochmal eine längere Geschichte, was da irgendwie abgelaufen ist, ganz schräge Geschichte, aber gut. November 2018 erneut Räumung beantragt, es sind über 500 Leute da, auch viele Arbeit und Arbeiterinnen aus umliegenden Betrieben, die die Räumung unmöglich machen, es kommt direkt zu Verhandlungen unter der Mediation, der Vermittlung der lokalen Institutionen und Unicredit bietet ein Alternativwerk an, das ist aber so rott, dass irgendwie Remaflow ablehnt und letztendlich bekommt bis April 2019 Zeit, um einen anderen Ort zu suchen. Sie finden eine andere Ex-Maflow Fabrik, die eine Million Euro kosten soll, in sehr gutem Zustand ist, große Hallen hat und so weiter und legen einen riesigen Plan auf, eine sozusagen Stadt der alternativen Wirtschaft aufzubauen, in die eben Remaflow einzieht, ihre ganzen Projekte, die mit angeschlossen sind und weitere Genossenschaften und Projekte der Alternativökonomie, migrantische Genossenschaften und so weiter und so fort. Sie kommen auch dazu, dass Unicredit sich bereit erklärt, 300.000 Euro dazu zu zahlen von diesem Geld, was gebraucht wird. Es gibt dann noch diese weiteren Investitionen, eine Million von so einem Konsortium, was in Sozialwirtschaft investiert und dann noch einen Kredit, den Remaflow in 15 Jahren zurückzahlen muss. Sie ziehen also um auf diese 9.000 Quadratmeter im Mai letzten Jahres und dort das Ziel ist, dass dort 331 Arbeitsplätze entstehen, also einer mehr als den den Maflow hatte. Jetzt kommen wir noch mal zu einem Überblick, was macht eigentlich die allermeisten dieser Betriebe aus? Das ist jetzt eine reine Beobachtung, das ist keine sozusagen Messlatte oder so, sondern das ist das, was stellt man fest, wenn man sich diese Betriebe und in diesem Fall weltweit anguckt. Okay, Eigentum, also Privateigentum wird in kollektives soziales Eigentum verbandelt. Es gibt eigentlich so gut wie keine Fälle, wo dort die Arbeitenden entscheiden, dass individuelle Anteile rausgegeben werden. Die können noch nicht verkauft werden. Die Beschäftigten sind Eigentümer der Genossenschaft, solange sie arbeiten. Wenn sie rausgehen, sehen sie es nicht mehr. Es geht nicht darum, Privateigentum zu schaffen, sondern es ist kollektives soziales Eigentum. Die Form, in der das geschieht, nämlich Besetzung und mit einem Kampf erzwingen, dass dies geschieht, stellt natürlich das Privateigentum an Produktionsmitteln erstmal in Frage. Die Entscheidungsfindung, demokratische, kollektive Selbstverwaltung, in der Regel gleiches Stimmrecht, also häufige Versammlungen, diese ganzen Betriebe haben viel häufiger Versammlungen als traditionelle Kooperativen und es wird auch meistens versucht, konsensual zu entscheiden oder zumindest mit großen Mehrheiten. Und die Entlohnung, die Gleichheit betrifft in diesem Fall auch meistens die Bezahlung, also in Argentinien zum Beispiel ist festgestellt worden, dass die Differenz im Höchstfall 33% ausmacht zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Einkommen. Auch hier manchmal kommt es auch die Spezialisierung an, manchmal was häufig eine Rolle spielt, ist sozusagen Familienstand, Kinder etc. In Brasilien nicht. In Brasilien gibt es einige Fälle, in denen das höchste Einkommen bis zu fünf oder zehn Mal höher ist als das niedrigste, aber auch da beschlossen durch die Beschäftigten, also von daher wäre doch mal zu gucken, warum ist das so. Dann gucken wir weiter, was sind noch die externen Beziehungen. Diese Betriebe, und das ist ganz wichtig, wenn es klappen soll, Interaktionen mit dem Staat, Politik und Institutionen sind wichtig, also es geht nicht darum, sozusagen um die Fabrikbarrikaden aufzubauen und die mit dem Gewirr zu verteidigen, wie bei der Arbeiterkontrolle Anfang des 20. Jahrhunderts in Italien, sondern man braucht diese Interaktion, weil irgendwann ist irgendeine Art von institutionelle Aktion notwendig. Mit institutionellen Aktionen meine ich nicht nur die Legalisierung, sondern es kann zum Teil einfach schlichtweg sein, dass die Behörden ignorieren, dass du illegalen Status hast, also dass sie sozusagen eine Räumung erstmal verhindern oder politischen Druck auf den Eigentümern vornehmen oder dass sie erstmal einfach nicht darauf bestehen oder die Augen zudrücken, dass der Strom irgendwo abgezwackt und nicht bezahlt wird, etc. Also irgendeine Kooperation braucht man und im günstigsten Fall sind das natürlich ganz andere Sachen wie Bürgschaften und Finanzierung und so weiter und so fort, um dann tatsächlich auch erfolgreich zu sein. Diese Betriebe sind so gut wie alle und die erfolgreichen eigentlich alle mit sozialen und politischen Organisationen vernetzt. In Argentinien stellen sogar 39% der Betriebe permanent Raum für andere Initiativen zur Verfügung. In Europa ist es ähnlich. In Europa sind ja auch alle mit anderen Bewegungen vernetzt. In Venezuela nochmal die Besonderheit, da dort die kommunale lokale Selbstverwaltung sehr entwickelt ist, finden sogar sehr, sehr viele Besetzungen gemeinsam mit der lokalen Selbstverwaltung statt, beziehungsweise zum Teil werden sie sogar von dort aus initiiert. Also die sehen irgendwie, ob Betrieb schließt oder läuft schlecht oder staatliches Unternehmen läuft schlecht. Okay, wir tun uns mit den Beschäftigten zusammen und besetzen das Ding und übernehmen das in kommunaler lokaler Selbstverwaltung. Was auch auffällt, zwei Dimensionen spielen plötzlich eine Rolle, Ökologie und Klasse. Also die Produktion wird häufig ökologischer, wird häufig umgestellt, die Verfahrensweisen werden umgestellt, nicht immer, aber häufig. Die Zulieferer sind häufig lokal und regional, weil das natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit bedeutet. Recycling wird wichtiger, also es wird plötzlich zum zentralen Punkt für sehr, sehr viele dieser Unternehmen, wenn nicht alle, auch zum Beispiel in Brasilien, also da gibt es eine Plastikfabrik, die seit Jahren besetzt ist und immer noch keinen legalen Status hat, die machen riesige Recyclingprogramme und haben dann zusammen mit der lokalen Verwaltung und Schulen angeschoben, dass sie in den Schulen und mit den Kindern solche Recycling-Sachen, Kurse organisieren und tatsächlich halt eben sehr, sehr viel von dem Plastik dort gesammelt wird, von den Menschen in dieser Stadt und dann in dieser Fabrik eben recycelt wird. So, es ist diesen Beschäftigten sehr wichtig, diesen Betrieben die Endpreise niedriger zu halten, das heißt, einen Zugang auch für, also ihr Produkt nicht zu einem Elitenprodukt zu machen, auch wenn es einen hohen Qualitätsstandards hat, biologisch ist, etc. Die Zulieferer sind bevorzugt andere Kooperativen oder besetzte Betriebe, Solidarwirtschaft und so weiter. Viele von ihnen führen Sozialprogramme ein und andere Arbeitskämpfe werden solidarisch unterstützt. So, weitere Merkmale, die, das sind also wirklich Beobachtungen, das ist nicht eine Wunschliste von mir, okay. Was kann man daraus für Schlüsse ziehen? Also diese Besetzung, in dieser Besetzung, es sind offensive Kämpfe in einem Kontext, in dem die meisten gewerkschaftlichen Kämpfe, Arbeitskämpfe mittlerweile defensiv sind. Die Arbeiterinnen werden außerdem zu Akteuren, die zeigen eine Lösung auf, es ist nicht, sie sind nicht Opfer, in Anführungsstrichen, in dem über sie entschieden wird, in dem sie zum Spielball anderer werden und in dem irgendwie in die Rolle des Akteurs genommen wird, ja, das ist was auf Englisch mal Agency heißt, ja, und das ist ganz wichtig, es kommen alle zusammen, ja, wenn so eine Fabrik zumacht, dann kommen alle möglichen Leute zusammen, ja, nicht nur die, die sozusagen schon eine politische Meinung haben, gemeinsam in der Gewerkschaft waren, gemeinsam in der politischen Gruppe schon diskutiert haben oder wie bei einer herkömmlichen Genossenschaft zusammenkommen, weil sie diese genossenschaftliche Idee und bestimmte Vorstellungen schon im Vorfeld teilen. Es macht zu und plötzlich sind alle davon betroffen, egal was für eine Meinung sie vorher hatten. Die haben Fälle bei, also in allen Fabriken waren natürlich unglaublich viele Fälle, von den meisten waren einfach unpolitisch, oder sie haben sich nicht für Politik interessiert oder haben sich selbst als unpolitisch gesehen, aber es gab auch Fälle, es gibt einen der Fälle, der wesentlich Verantwortliche für die ganze, für das ganze Wiederzusammensetzen, Recycling, Upcycling von Laptops und Computern zum Beispiel bei Rimaflo ist einer der ehemaligen Ingenieure dort, der war feuriger Katholik, ganz konservativer katholischer Aktivist, bevor diese Besetzung losgeht. Er ist jetzt wirklich völlig verwandelt, in dieser Fabrik tätig, völlig überzeugt, hat sein ganzes Leben geändert und ist zu einer tatsächlich aktiven Linken geworden durch diesen Prozess und durch diese Erfahrung da drin. Eine weitere Erfahrung und Schlussfolgerung ist, die man sehen kann, die Gewerkschaften initiieren diese Besetzung nicht. Sind sie trotzdem wichtig? Ja, sie sind es, weil natürlich Gewerkschafter und Gewerkschafterin häufig eher über Bewusstsein, über einen Zugang zu diesen Sachen, zu diesen Ideen, Erfahrungen, Kämpfen und so weiter verfügen und weil die verschiedenen Beispiele zeigen, die Gewerkschaften können dazu gebracht werden, diese Kämpfe zu unterstützen. Die CGT ruft nicht dazu auf, Betriebe zu besetzen oder sie zu übernehmen, aber wo es geschieht und die Arbeitenden Druck machen, ist die CGT da, um zu unterstützen. In Italien sind es die USB und die Cobas, also die Basis Gewerkschaften, die das unterstützen und die Firmen, die eine Tellarbeiter Gewerkschaft hat, auch eine positive Meinung dazu hat, vertritt das aber auch nicht offensiv. In Griechenland ist noch mal ein bisschen eine andere Situation, aber das ist so die Erfahrung und in Ländern, in denen es das schon viel länger gibt, wie zum Beispiel in Lateinamerika in verschiedenen Ländern, sehen wir, wie das dann auch tatsächlich in das Repertoire von Gewerkschaften eingeht. Es ist aber dabei grundsätzlich zu betrachten, dass die traditionelle von Gewerkschaften, die traditionelle Rolle von Gewerkschaften ist die Vermittlung zwischen Arbeit und Kapital. Das ist nicht in ihrer Logik drin, dass die Beschäftigten das selbst übernehmen. Das heißt, es ist auch dort ein Lern- und Politisierungsprozess, aber er kann stattfinden, wenn die Arbeitenden Druck machen. Weitere Feststellung, diese Kampfform ist definitiv kein vorübergehendes Phänomen. Sie ist in vielen Ländern in das Repertoire der Arbeitskämpfe eingegangen, definitiv in Lateinamerika, in den diversen Ländern, aber wir können auch sagen, mittlerweile in Frankreich, in Griechenland oder in Italien, mit viel, viel weniger Beispielen, aber sie sind da, sie sind da und die Idee ist da, das zu tun, wenn ein Betrieb schließen will. Wir sehen, es trotz allem, trotz aller misslichen Situationen, viele dieser Betriebe überleben, in einem völlig feindlichen Umfeld, obwohl der Ausgangspunkt eigentlich dann ist, wenn alle anderen auftreten. Es gibt auch tatsächlich Untersuchungen dazu, wieder in Argentinien, weil es einfach die höchste Anzahl gibt und die zeigen, dass der Anteil an Betrieben, die schließen, wesentlich geringer ist, als unter normalkapitalistischen Betrieben. Das mag man einwenden und sagen, klar, weil die Leute dann auf mehr verzichten und weniger arbeiten. Ja, das stimmt alles. Sie müssen allerdings auch weniger abführen, sie müssen keine Dividende auszahlen, das Kapital wird nicht abgezogen, es gibt andere Möglichkeiten, mit sowas umzugehen, um eben bestimmte Situationen für die Arbeitenden und die Bevölkerung zu erhalten, nicht für kapitalistische Produktionen. Gibt es dabei Widersprüche? Die gibt es immer. dazu komme ich auch gleich nochmal. Es gelingt, Jobs zu erhalten, sei es durch Fortsetzen der Produktion oder Konversion. Es ist ganz klar ein sozialer und ökonomischer Prozess. Es verändert sich eigentlich alles, die sozialen Beziehungen verändern sich, es können Sachen thematisiert werden, die vorher niemals thematisiert werden konnten, es kommen Ideen auf, die völlig anders sind, Arbeitsprozesse werden umgestellt und ganz interessant, in diesem Kampf lösen sich die Arbeitshierarchien auf. Es spielt keine Rolle, was du vorher warst in der Arbeitshierarchie im Betrieb, wenn die Besetzung da ist. Nach dieser Erfahrung, je länger diese Erfahrung dauert, desto unwahrscheinlicher ist die Wiedereinführung einer von den traditionellen Arbeitshierarchien. In gewisser Weise ist es natürlich komplexe Angelegenheiten, komplizierte Angelegenheiten, man mag den Beschäftigten ja nicht wünschen, dass ihr Kampf möglichst lange dauert, damit sie möglichst anti-hierarchisch werden. Gleichzeitig ist aber auch die Erfahrung, in Uruguay gab es eine Phase, zum Beispiel unter Pepe Muchica, der Regierung, der Frenze Amplio damals am Anfang, da wurde sehr schnell auf die Besetzung reagiert, reagiert von der Regierung. Im Prinzip nach ein paar Wochen war sofort schon irgendwie die Pläne zur Nationalisierung da und zur Übergabe an die Beschäftigten als das hat dazu geführt, dass sich weder tatsächlich ein Kollektiv rausbilden konnte und was tatsächlich dann irgendwie andersartige Arbeitsplanung, Forderung und so weiter aufbauen konnte. Gleichzeitig sind die Kämpfe dadurch auch kaum bekannt geworden und hatten so keine Vorbildfunktion. Was dann wiederum dazu führte, dass es, obwohl das Umfeld so günstig war, es in Uruguay kaum oder keine weiteren Besetzungen gab nach dieser ersten großen Welle. Okay. Wichtig auch ist, dass diese Erfahrung des Konflikts, der ja ein Konflikt zwischen Arbeit und Kapital ist, wenn es darum geht, die eigenen Forderungen und Vorstellungen da durch durchzusetzen, der zeigt, eine andere Art von Arbeit ist möglich und es stärkt die Identität als Arbeiterin und zwar als Arbeiterin ohne Chef. Das ist das Problem häufig bei Genossenschaften so wie im heutigen Umfeld sind Genossenschaften ja keine, wie ursprünglich eigentlich mal entstanden, Teil der Arbeitergeschichte oder Teil der Arbeiter Selbstorganisierung etc. oder auch nur eines alternativen linken Umfelds oder wie auch immer, sondern in den meisten Fällen ist das ja heute einfach nur eine alternative Unternehmensstrategie. Also so wird es zumindest auch gelehrt in den Universitäten, wo es das tatsächlich gibt oder in den Schulungszentren und von daher ist es wichtig, da nochmal zu unterscheiden, weil denn das bringt, ich nenne es mal ein Klassenlimbo, also die Arbeiter, denen wird eingeredet, sie seien jetzt plötzlich Unternehmer, sind sie aber nicht, ihr Leben ist nicht das von Unternehmern, ihre Denkweise kann es nicht werden und ihre Situation ist es auch nicht. Gut, Vertrauen und Solidarität aus diesem Kampf reduzieren auch die späteren Konflikte um alles Mögliche. Also nochmal zusammenfassend, das Gigi Malabhadra von Klimafloch fasst das zusammen und sagt, aus diesen ganzen Erfahrungen beruht die Selbstverwaltung in der Regel von diesen Betrieben auf drei Grundsätzen, Solidarität, Gleichheit und Selbstorganisierung unter allen Beteiligten, ein konfliktives Verhältnis mit der öffentlichen und privaten Gegenseite und die Beteiligung und Unterstützung von Kämpfen um Arbeit, Einkommen und Rechte ganz allgemein. fast fertig. Ziel der Übernahme und das ist ganz wichtig, das ist sozusagen ein Leitding, um überhaupt irgendwie erfolgreich zu sein. Es geht darum, ein juristisches Problem, nämlich die Schließung des Betriebs und der Entlassung sind in der heutigen bürgerlichen Gesellschaft einfach nur eine juristische Angelegenheit und es geht darum, diese juristische Angelegenheit in eine politische Angelegenheit zu verwandeln. Dann kann man gewinnen. Fälle wie zum Beispiel das Unikredit hatte natürlich überhaupt keine Verpflichtung, weder irgendwie die Räumung aufzuschieben, noch Remaflo jahrelang zu tolerieren, noch den 300.000 Euro zu geben. Das ist gelungen, weil das in ein politisches Problem verwandelt wurde. Also Produktion, Mobilisierung und juristischer Kampf zentral. Ja, nochmal. Es ist nicht leicht, einen Betrieb im Kapitalismus aufzubauen, der eben nicht strikt dieser kapitalistischen Logik folgt. Das ist klar. Sehr kompliziert. Das ist schwer. Man hat tausend Hürden. Aber die Frage ist natürlich in der heutigen Situation nicht, kann alles erreicht werden? Es ist ja nicht jeder Betrieb, es sind nicht die objektiven Bedingungen für die Revolution. Ich sehe sie nicht. Wenn sie jemand sieht, bin ich gerne, da mitzumachen. Und ein Betrieb alleine wird die Revolution auch nicht machen. Wer kann den Kapitalismus- und gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ändern? Die Frage ist also nicht, ob alles erreicht wird, sondern ob eine Verbesserung für die Beteiligten erreicht wird. Eine Verbesserung im umfassenden Sinne. Und das ist auf jeden Fall der Fall in diesen ganzen Sachen. Okay. Ja, nochmal, Gigi Malawar, zum Schluss. Perspektive. Wir können siegen, wenn wir Teil eines größeren Konflikts werden und Erfahrungen wie diese sich verzehnfachen und verhundertfachen, um die Vorstellung zu nähern, dass eine andere Ökonomie möglich ist. Wenn die Ökonomie der Bosse in die Krise geraten ist, müssen wir eine andere Vorstellung von Ökonomie entwickeln. Und das ist genau der Punkt. Die Gesetze und Verfahrensweisen, die das unterstützen und bevorzugen, die werden nicht kommen, bevor diese dann stattfinden. Es ist nicht so, dass irgendwelche Regierungen oder so ein Gesetz machen werden, okay, die Arbeiter bekommen die Fabrik, wenn sie schließen soll und dann werden ganz viele Betriebe in Genossenschaften umgebaut werden. Die historische Erfahrung ist immer, wenn was massiv stattfindet, dann kommt der Gesetzgeber und will das gesetzlich, juristisch regulieren. Das heißt, wollen wir ein Gesetz haben, wollen wir eine Vorfahrensweise durchsetzen, die positiv ist für diese Übernahmen in Selbstverwaltung, dann muss eben so viel besetzt werden wie möglich. Okay, hier komme ich jetzt zum Ende, Schluss nochmal, glaube ich, ein bisschen Eigenwerbung für Bücher auf der letzten Tafel, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, ihr könnt ein paar von den Büchern sehen und sagen, die ich dazu veröffentlicht habe. Und ansonsten seid ihr natürlich gerne alle eingeladen zu dem Seminar, was ab nächste Woche stattfindet. Da wollen wir nicht nur in die ganzen Beispiele nochmal richtig reingehen und einzelne tatsächlich Aspekte diskutieren, sondern es soll auch als Raum und geschützter Raum funktionieren, um ganz konkret zu überlegen, wie können eigentlich solche Besetzungen, solche Übernahmen laufen und es sind auch gerne alle eingeladen, nicht nur im Seminar teilzunehmen, ich kann meine Kontakte zur Verfügung stellen, das Wichtigste ist, in solchen Fällen mit anderen Arbeitern und Arbeiterinnen zu sprechen, in Kontakt zu treten, die die konkreten Erfahrungen gemacht haben. Ja, vielen Dank, ich hoffe, dass, ich habe jetzt bestimmt überzogen, das ist immer so, ja, aber ich hoffe, wir haben noch ganz viel Zeit, haben wir auch noch 50 Minuten für Diskussion. Ich sehe jetzt Adriana gar nicht. Doch, da bin ich. Hallo. Hallo. Hallo, danke, super Input, wir haben viele Fragen vom Publikum und die würde ich jetzt gerne stellen, wenn wir weniger als eine Stunde haben, ich fange einfach mal an. Ja, komisch, ich sehe die gar nicht im Chat an und sehe überhaupt nichts. Nein, die schreiben über Facebook und YouTube. Wir sind live, genau. So, erste Frage. Was ist denn mit dem Außenverhältnis der übernommenen Betriebe? Diese sind ja dann mit der kapitalistischen Vergesellschaftung konfrontiert und müssen auf dem Markt mit ihren Produkten wieder einen Wert erzielen beziehungsweise Vorstufen Produktionsmittel auf dem Markt einkaufen. Ja. Dies führt ganz schnell wieder zur Internalisierung kapitalistischer Logik beziehungsweise dem Zwang in der Konkurrenz auf den Markt zu besetzen. Dann gibt es eine Anschluss Frage hierzu. Wie ließen sich auf diese Rahmenbedingungen transformieren? Soll man einfach auf ein kontinuierliches Wachstum des Genossenschaftssektors hoffen? Was könnte hier eine linke Regierung beitragen? Okay. Gut, fangen wir mal an. Also die erste Frage lässt sich eigentlich nur von Betrieb zu Betrieb beantworten, weil die Bedingungen völlig unterschiedlich sind. Also es ist nochmal was ganz anderes sozusagen, ob du Bio-Seife und Bio-Reinigungsmittel in einem kleineren Betrieb herstellst, wie Viome das macht, die du selbst in einem eigenen Laden, den sie mittlerweile haben, in verschiedenen Läden selbst vertreiben, auf Märkten verkaufen und ganz viel eben im Solidarsektor, Solidarökonomie, Alternativökonomie verkaufen. Als Zulieferer dann halt jetzt tatsächlich auch nur irgendwelche Bio-Bauern für Oliven und für die anderen Stoffe, die sie nutzen, irgendwie haben. Das ist eine Frage, da kann man natürlich völlig anders operieren, als wir haben das Beispiel vorhin genannt, in Argentinien gibt es eine Schiffswerft, die unter einer Genossenschaft unter Arbeiterkontrolle ist. Es gibt nun unglaublich wenige, mir fällt sogar gar keins ein, andere Genossenschaften, die jetzt irgendwie Schiffe in Auftrag geben würden, große Frachtenschiffe oder so. Das sind Widersprüche, die auftauchen, die können nur von Fall zu Fall gelöst werden. Was aber ein Ding ist, was gezeigt wird, ist, in Argentinien, wo es eben sehr, sehr viele von diesen Unternehmen gibt, gelingt es tatsächlich, also es gab eine Untersuchung vor einigen Jahren von 86 Betrieben und es bei diesen 680 Betrieben ist 2,7 Prozent ungefähr ihres gesamten Handelsumfangs, also von Kauf bis Vertrieb und so weiter, ist mit Solidarwirtschaft und fast 17 Prozent mit anderen Betrieben unter Arbeiterkontrolle. Von daher, und da entstehen dann auch andere Beziehungen, also die andere Genossenschaft und der Arbeiterkontrolle, die so durch so einen Kampf gegangen ist, die wird dir nicht die Polizei oder die Bank auf den Hals setzen, wenn du vier Wochen später zahlst oder wenn du um Aufschub bittest oder wenn du um eine Vorlieferung bittest, also da entstehen auch ganz andere Verhältnisse. Es gibt in Venezuela zum Beispiel freiwilligen Brigaden von Beschäftigten aus Betrieben Unterarbeiterkontrolle, aber auch aus staatlichen Betrieben, die sich freiwillig mailen, um in unterschiedliche Unternehmen Unterarbeiterkontrolle und andere zu fahren, um dort mit ihrem Wissen Maschinen zu reparieren und Ersatzteile herzustellen und Produktion wieder anzuschieben. Also es entstehen völlig andere Formen und Verhältnisse von Arbeit und Zusammenarbeit. Es stimmt, dass die können nicht den kapitalistischen Markt ausschalten. Andererseits ist Arbeit eine der zentralen Sektoren, was wir alle machen müssen. Und einer zentralen Sektoren, um tatsächlich Sachen zu verändern. Und es ist wichtig, das da auch schrittweise zu machen. Wir werden ja nicht, wir schicken auch alle unsere Kinder in die Schule, auch wenn die Schule nicht irgendwie jetzt vollständig unseren Vorstellungen von Befreiung und Anti-Autoritarismus oder was auch immer entspricht. Wir setzen uns dafür punktuelle Verbesserungen ein, auch wenn es nicht sofort der Entzug der Schule der bürgerlichen Logik ist. Und das passiert ja mit allen anderen Widersprüchen, in denen wir stecken auch. Also warum nicht auch im Feld der Arbeit, was unmittelbar Konsequenzen hat für ganz viele Sachen. In diesen Betrieben kann man zum Beispiel schon beobachten, dass durch das Vertrauen, was entsteht, der Zugang zur Bildung ganz anders geregelt wird. In Venezuela gibt es einige Betriebe, die ich erlebt habe, wo das dann so war, dass die Arbeiter selbst beschlossen haben, dass diejenigen, die noch ihren Grundschulabschluss nachmachen müssen, die müssen nur sechs Stunden am Tag arbeiten, die, die ihre Mittelschule noch abschließen müssen, nachmachen müssen, die arbeiten nur sieben Stunden am Tag, also so, dass sie halt eben alle noch Zeit haben, um ihre Schulabschlüsse nachzuholen und die anderen arbeiten acht Stunden am Tag. Oder Chilavea, die Druckerei, die auch kurz im Bild war in Buenos Aires, die eingeführt hat, dass ein Tag Arbeitszeit in der Woche ist die Beteiligung und Unterstützung von anderen Kämpfen, von anderen Arbeitskämpfen vor Ort. Oder es gibt unglaublich viele Beispiele, wie diese ganzen Sachen sich verändern, auch wenn die Betriebe gezwungen sind, in gewisser Weise auf dem Markt zu agieren und gleichzeitig aber eben auch versuchen, Alternativen zu finden, Alternativen aufzubauen und andere ökonomische Kreisläufe aufzubauen und zu erzeugen. Aber wie gesagt, das kann nur sehr individuell beantwortet werden. Ich habe noch mal, was war noch mal kurz, die Anschlussfrage war? Wie ließen sich auch diese Rahmenbedingungen transformieren? Ach so, genau, wie ließen sich diese Rahmenbedingungen transformieren? Das ist ja unterschiedlich, aber es kann natürlich irgendwie, also ein Beispiel kann man machen, jetzt in der Regierung in Argentinien liegt jetzt ein Gesetzesvorschlag vor, der von einer der landesweiten Zusammenschlüsse von RBAs, also Arbeiterkontrolle mit ausgearbeitet wurde und der von einigen linken Abgeordneten und anderen Regierungsabgeordneten unterstützt wird und eingebracht wird und vor der Abstimmung steht, in dem geht es darum, dass das Gesetz dahin geändert wird, dass nämlich Betriebe, die vor der Schließung stehen, geschlossen haben, Bankrott anmelden oder was auch immer, über den Arbeitenden übergeben werden, um als Genossenschaften mit kollektiven sozialem Eigentum und unter Berücksichtigung sozialer Funktionen weitergeleitet, weiter betrieben werden. Das wäre, denke ich, ein riesiger Schritt und das ist nicht sozusagen die Erwartung, dass der Staat das regeln kann, sondern das ist eine Folge dessen, dass es über 400 solcher Betriebe gibt und dass sie besser überlebt haben an andere, dass sie einen Kampf führen, dass sie an Kämpfen beteiligt sind und dass die Gesetzungen immer weiter gehen. Das Gesetz ist die Folge davon, nicht andersrum. Und es ist wichtig insofern, weil die Gesetzeslage eigentlich faktisch fast überall auf der Welt, außer vielleicht Kuba, Venezuela und demnächst Argentinien oder so, nämlich so aussieht, dass wenn irgendein Betrieb Pleite macht, sind die Ersten, die bedient werden, sind die Banken und die anderen Schuldner. Die Arbeitenden sind die Letzten, die irgendwas bekommen oder irgendein Recht auf irgendwas haben, die bekommen in der Regel gar nichts, aber wenn überhaupt irgendwas übrig ist, dann ist was übrig aus der Zerschlagung des Unternehmens, also indem die Maschinen versteigert werden, indem die Immobilie verkauft wird, etc. Das heißt, dass das überhaupt keine Option darstellt für die Arbeitenden, um irgendwas daraus zu machen. Und insofern wäre das zum Beispiel sicherlich ein wichtiger Schritt. Gleichzeitig möchte ich immer noch mal betonen, es gibt alles Mögliche, was Regierungen, linke Regierungen machen können, aber es ist zunächst mal wichtig, dass diese Kämpfe stattfinden, die Sachen werden nur passieren, wenn sie durch Druck entstehen und wenn irgendwelches positive Auskommen durch Druck erfordert, erzwungen und verteidigt werden kann. ansonsten wird es die schönsten Gesetze nicht geben und selbst wenn es sie gibt, werden sie keine positiven Folgen haben. Wichtig und zentral ist der Kampf DfD. Die Verschiebung der Kräfteverhältnisse ist das, was den Erfolg ausmacht. Und die ist möglich. Ich möchte noch mal zurückkommen auf die Frage der Institutionen und das noch mal runterbrechen, weil wir reden über nationale Regierungen und Gesetze. Aber lass uns das mal runterbrechen auf lokale Institutionen. Da ist die Erfahrung, dass es oftmals gar nicht so wichtig ist, ob du zum Beispiel eine konservative Stadtregierung oder sowas hast, in einer Kleinstadt oder irgendwo, die kann genauso dazu kommen, deine Besetzung wohlwollend zu ignorieren oder sogar zu unterstützen, weil es halt eben auch für den lokalen Bürgern ein unglaublicher Unterschied ist, ob plötzlich 40 Familien ohne Ernährung und Beschäftigung etc. da sind, das unglaubliche Folgen hat für die ganze lokale Ökonomie, für die Stadtkasse und für alles andere. Das heißt, es können auch, es muss nicht sozusagen, es muss, linke Regierungen können vorteilhaft sein, es muss aber nicht linke Regierungen geben, es muss auch nicht ganz und gar nicht die Gesetze erst geben, sondern im Zentrum steht die Organisierung und der Kampf darum und eben die Solidarität und Vernetzung mit anderen Bewegungen. Dario, du hattest eingangs erwähnt, dass Automatisierung zu Betriebsschließungen führen würde und da Besetzungen intervenieren könnten, aber wird Technologie nicht meist dazu eingesetzt, die Produktivität der bestehenden Belegschaft zu steigern oder Belegschaften zu verkleinern oder nicht Komplettstandorte zu schließen. Wie verhält sich dazu die Strategie der Besetzung? Sollte es Besetzungen von Leuten geben, die es gar nicht mehr in die Kernbelegschaft schaffen? Es kann natürlich immer grundsätzlich Besetzungen von all jenen geben, die sich organisieren, um das zu machen. Ich gehe aber mal stark davon aus, dass diese Automatisierung und Digitalisierung jetzt mit verschiedenen anderen Aspekten zusammenlaufen wird. Es geht ja einerseits um eben darum, den Menschen als Unsicherheitsfaktor auszuschalten. Es wird die Frage bestehen, wie ist das mit diesem ganzen Outsourcing, was eigentlich gelaufen ist? Also das Problem, was sich mit Covid-19 gezeigt hat, sind die Lieferketten. Was wird denn die Folge davon sein? Wird die Folge davon sein, dass wieder ingesourced wird, dass zum Beispiel aber wo wird dann ingesourced? Wird die Produktion wieder zum Beispiel von gewissen Sachen nach Deutschland oder nach Europa zurückgeholt? Oder ist die Alternative, dass hier alles zugemacht wird, weil in China kann man davon ausgehen, dass die Regierung sich eher durchsetzt, damit das weiterproduziert wird, egal was irgendwie passiert. Es sind unglaublich viele Umbrüche, die da sein werden und gleichzeitig wird ja die Überproduktionskrise, die vorher schon da war, ist ja ungemein verstärkt worden. Also ich meine die ganze, wenn wir einen Einbruch von 20 Prozent haben, das wirkt sich ja auch aus, auf zentrale Sektoren übrigens auch für Europa und für Deutschland, wie Maschinenbau und so weiter, da wird die Aufträge werden einbrechen, es wird viel weniger Produktion in allen möglichen Bereichen gebraucht werden und es wird viel weniger produziert werden, das heißt, die Automatisierung und Digitalisierung wird auch zur stärkeren Konzentration, Insourcing und Schließung von allen möglichen Betriebsstätten führen, also ich habe dann drei Betriebsstätten und dann werde ich irgendwie alles sozusagen auf ein oder zwei konzentrieren, dort automatisieren und digitalisieren, ein paar Sachen vielleicht, die outgesourced waren, auch dort wieder reinholen und zwei Standorte schließen. Ja und jetzt eine Frage nach der Politisierung der ArbeiterInnen, das wird vom Kollektiv Ayozinapa aus Hamburg gestellt, was passiert, wenn die Arbeiter nicht bewusst von wichtigen Aspekten wie Solidarität, Gleichberechtigung, Gleichstellung bei der Übernahme des Betriebs ist? Also du hattest auch schon gesagt, das ist eine Antwort auf Krise und Druck ist, aber wie kommen wir von dieser Phase zu einer emanzipatorischen Prozess, Transformation? Der kommt aus der Erfahrung, aus dem Kampf, also ich meine, du führst ja deinen Kampf, du wirst ja sehen, wer unterstützt dich denn? Wenn du die ersten Aufrufe machst, zum Beispiel, dass die Leute kommen sollen und den Kampf unterstützen sollen, wer kommt denn dann und unterstützt dich mit Essen, mit irgendwie in der Fabrik zu übernachten? Du bist dann in einer Situation, wo du vielleicht mehrmals die Woche oder mit Nachtwachen oder mit sonst irgendwas, du und deine Kollegin ihren Körper irgendwie on the line stellen müssen sozusagen und mit zwangsläufig einander vertrauen müssen in Situationen, in denen es alle möglichen diversen Angriffe geben kann, vom privaten Betriebsschutz bis Räumung, Polizei, Drohungen durch Schlägerbanden, die angeheuert wurden vom Besitzer. Es gibt ja nichts, was nicht gemacht wird von Unternehmern in solchen Situationen. Das heißt, die Erfahrung aus den Fällen, die es tatsächlich gibt, ist, dieses Bewusstsein entwickelt sich. Also, die stellen dann plötzlich fest, okay, so wie das mal in Officine Zero, das war eine ehemalige Werkstatt für Nachtzüge, Nachtwaggons in Rom, die besetzt wurde und dann von den Arbeitern gemeinsam mit Leuten aus dem sozialen Zentrum besetzt wurde und jahrelang tatsächlich mit verschiedenen Werkstätten gelaufen ist, kürzlich aus verschiedenen Gründen dann aufgegeben werden musste, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber diese Arbeiter, die dann beteiligt waren, die haben dann auch gesagt, an einer Weile haben sie gesagt, ja und dann haben wir plötzlich festgestellt, dass diese Leute da, von denen wir dachten, das sind irgendwelche langhaarigen, in Lumpen angezogenen Leute, die Tag und Nacht irgendwie Musik machen und Fäden feiern, haben wir festgestellt, das sind die einzigen, die irgendwie immer da waren, um uns zu unterstützen und die haben lauter Projekte und Ideen gehabt und mit denen zusammen haben wir das aufgezogen, was wir hier haben und haben angefangen zu produzieren, zu arbeiten, Werkstätten aufzubauen und so weiter. Das sind Sachen, das sind Prozesse, die da drin stattfinden, weil es ist ja klar, sozusagen von wo die Solidarität kommen wird. Also sie wird von Linken kommen, sie wird von Teilen der Gewerkschaften kommen, also es gibt ja auch heute schon Teile von deutschen Gewerkschaften, die mit diesen Besetzungen zum Beispiel in Griechenland, in Viome, sehr stark mit Viome zum Beispiel solidarisch sind. Das gibt es übrigens auch im Online-Shop des Neuen Deutschland, aber genauso in Koop von der FAU gibt es sowohl den Tee von Skoptee als auch die verschiedene von den Reinigungsmitteln oder Seifen etc. von Viome zu kaufen etc. Also woher die Solidarität kommt, wird klar im Kampf und dass sie notwendig ist und mit wem du sie entwickeln kannst und wie sie entwickelt, wird, das wird auch klar in der Auseinandersetzung und es wird auch nur erfolgreich, wenn das tatsächlich funktioniert, dass es klar wird. Also das heißt, es ist schon so, sagen wir mal so, die Erfahrung würde ich mal sagen ist, es ist wichtig, dass ein paar Leute dabei sind, die eine Erfahrung haben im Organisieren, im Diskussionen strukturieren und tatsächlich halt irgendwie ein bisschen Kampagnen machen etc. Es ist wichtig, dass ein paar dabei sind. Es sollten nicht zu viele sein, wenn zu viele Linke dabei sind und auch noch von möglichst verschiedenen Fraktionen, dann würde ich mal sagen, ist das leider ein Rezept fürs Scheitern, um es mal so überspitzt zu sagen. Aber es ist schon wichtig, dass ein paar Leute mit Erfahrung dabei sind. Das ist auch bei vielen, also bei diesen ganzen Unternehmen eigentlich der Fall. Also bei Republic Doors und Windows zum Beispiel, ein Produzent von Türen und Fenstern in Chicago, der dann zu einer Genossenschaft für eco-friendly und nachhaltig produzierte Fenster wurde, war es ganz zentral, dass eben in der Belegschaft jemand aus El Salvador dabei war, der langjährige Erfahrung in Kämpfen aus El Salvador hatte und dann auch Kontakte nach Lateinamerika herstellen konnte und dass viele der anderen Beschäftigten eben tatsächlich auch Latinos und Schwarze waren, die eben in irgendeiner Form, irgendeiner Art von Widerstands- oder Organisierungserfahrung oder Bereitschaft zumindest und Verständnis davon mitgebracht haben. Aber wie gesagt, es kann alles entwickelt werden und gleichzeitig sollte man auch das nicht unterschätzen, inwiefern das vorhanden ist. Also diese, die, 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 es gibt, also wer arbeitet und auch gerade im industriellen Sektor oder im Dienstleistungssektor weiß, es sind auch sehr viele migrantische Arbeitskräfte da, die über solche Erfahrungen verfügen, auch wenn die vielleicht vergraben sind oder so. Es gibt auch andere, es gibt auch ganz schön undeutsche Arbeitskräfte, die in irgendeiner Form über solche Erfahrungen von vergangenen Arbeitskämpfen verfügen oder aus anderen Kämpfen, von denen sie mal irgendwann mal drin waren, in irgendeiner Form. Die anderen lernen es, weil wenn sie es nicht lernen, dann wird es den Betrieb nicht geben. Und von den Erfahrungen, die du kennst, kommt es häufig zu internen, starken Konflikten zwischen den organisierten ArbeiterInnen? Wenn nur ein Teil stark politisiert ist und der andere Teil nicht so. Und wie lange überleben diese Betriebe? Also es ist, sagen wir mal so, es ist natürlich sehr stark davon abhängig, wie die Erfahrungen der Organisation und dieser, sagen wir mal, stärker organisierten Teile des Betriebs ist. Es kommt zu Konflikten und zu Brüchen, wenn die Linken, die drin sind, glauben, sie müssten jetzt auf Teufel komm raus, irgendwie als Avantgarden funktionieren und alles vorantreiben. Und dann kommt es zu Konflikten und Brüchen und dann fällt häufig auch spritzig das zu und fällt auseinander. Wenn da aber eine Erfahrung, aber gleichzeitig ist eine Erfahrung eben zum Beispiel, wie organisiert man Kampagnen, wie organisiert man Diskussionen. Also wenn sozusagen diese demokratischen Prinzipien und Konsensprinzipien weitgehend beachtet werden, dann funktioniert es auch. Also es ist ja klar, ich kann ja einen Kampf nur fortsetzen, wenn alle tatsächlich auch davon überzeugt sind. Die Leute müssen, die Beschäftigten da drin, müssen alle selbst davon überzeugt sein und einen Sinn drin sehen. Es nützt nichts, das Kommando auszugeben. Das funktioniert nicht. Und von daher, es kommt zu Konflikten. In manchen Betrieben sind die Konflikte auch so groß, dass tatsächlich in ganz, ganz wenigen Fällen das dann auseinanderfällt. In anderen Fällen scheitert es, weil überhaupt keine Erfahrungen vorhanden sind im Betrieb zum Beispiel. Aber die meisten Fälle sind in irgendeiner Form über eine gewisse Zeit erfolgreich. Die meisten erreichen tatsächlich ihr Ziel und viele finden andere Möglichkeiten. Also es werden dann finden dann Genossenschaftsgründungen aus dem Kampf heraus statt, weil das ursprüngliche Ziel nicht erreicht werden kann. Und manche scheitern auch. Aber wie gesagt, auf lange Sicht ist die Erfolgsquote von diesen Betrieben unter Arbeiterkontrolle höher als von privatkapitalistischen Betrieben. Ganz abgesehen davon, dass natürlich irgendwie die Erfahrung und das Arbeiten da drin auch sicherlich intensiver und angenehmer ist als in einem hierarchisch strukturierten kapitalistischen Unternehmen. Super Punkt. Erik, er fragt, mich würde interessieren, warum solche Betriebsbesetzungen in Deutschland eher nicht stattfinden und ob das eher an der wirtschaftlichen Lage den hiesigen Klassenverhältnissen der politischen Kultur oder etwas ganz anderem liegt. Also ich bin ja immer gegen monokausale Erklärungen. Also ich denke, das hat eine ganz große Vielzahl von Gründen. Gleichzeitig heißt das überhaupt nicht. Also zum einen, es hat sie ja gegeben. Also es hat sie ja, also es gab Strikebike, dass die FAU verwickelt war, wo die Arbeiter beschlossen haben, zu besetzen und nur eine Produktionslinie zu produzieren von Fahrrädern. Daraus ist zum Beispiel dann irgendwann auch nochmal ein Betrieb oder eine Genossenschaft entstanden. Das ist alles im Endeffekt nicht so glücklich gelaufen. Es hat in der Vergangenheit solche Betriebsbesetzungen gegeben, also durchaus in den 16er, 70er und 80er Jahren. Also von daher sollte man das nicht ausschließen. Und zweitens ist ja, glücklicherweise verläuft Geschichte ja nicht linear. Also wie ich schon sagte, also in Griechenland hat man mir auch irgendwie noch 2000 und es war alles 2011 oder was erzählt. Wird nicht passieren. Ja, 2011, 2012, 2011 war das glaube ich. Ja, wird nicht passieren. Also hier wird es solche Besetzungen nicht geben und solche Übernahmen. Gab es da doch. Also von daher verläuft das ja durchaus in Sprüngen. Es gibt wie gesagt sehr, sehr unterschiedliche. Es gibt eben, was auch aber eben langsam im Aufbrechen ist, also es gibt dieses Modell natürlich der der Branchengewerkschaften, die sozusagen unpolitisch sein sollen, die kein politisches Mandat haben sollen und so weiter. Es gibt es gibt natürlich ein dichteres Sozialsystem, was erstmal die Illusion nährt, dass die Leute aufgefangen werden. Ich sage die Illusion nährt, weil, wie gesagt, du bekommst eine Abfindung, du bekommst dann vielleicht Kurzarbeitergeld. Was entsteht dann daraus für eine Perspektive? Also bei vielen, die von Betriebsschließungen betroffen waren in der Vergangenheit und vor allen Dingen bei vielen Älteren, ist daraus überhaupt keine Perspektive entstanden, sondern die sozusagen ewige Arbeitslosigkeit und die dumpfe Wiederholung von dämlichen Maßnahmen, die angeblich dich für irgendwelche Jobs qualifizieren sollen, die aber nichts weiter sind als der Versuch oder die nicht mal Versuch, sondern die Maßnahme, die Leute aus den Arbeitslosenstatistiken rauszukriegen, um da bessere Statistiken zu haben. Das heißt, und wie gesagt, steht uns die schlimmste Krise bevor, also die, das kann die Verhältnisse auch noch mal ganz, ganz stark ändern und dafür zu sorgen, dass es so ist, ist halt natürlich schon die Aufgabe auch derjenigen, die in irgendeiner Form sich in der Linken sehen, in Betrieben aktiv sind, in Gewerkschaften aktiv sind, in anderen Initiativen aktiv sind, in Nachbarschaften aktiv sind und so weiter und so fort. Gut, dann Franklin Brown auf Facebook. Mit der Analyse, dass Arbeiter-Selbstverwaltung in jüngerer Zeit häufig aus einer defensiven Position heraus geschieht, stellt sich mir die Frage nach der Abgrenzung gegenüber selbst ausbeutenden Projekten? Also, ja, der Begriff der Selbstausbeutung, den halte ich ja eh für sehr kompliziert und sehr schwierig anwendbar. Also, Ausbeutung ist die Abschöpfung von produzierten Mehrwert. Also, in dem Sinne gibt es eigentlich, um das mal genau zu betrachten, Selbstausbeutung nicht, weil es wird ja kein, also, du schöpfst ja keinen Mehrwert ab, du produzierst halt einfach keinen oder weniger oder was auch immer. Aber, es ist auch, also, ich denke, das muss man immer irgendwie im Einzelfall betrachten, wie die Aussichten für irgendwas da sind und möglich sind. Also, ich denke mal, es gibt bestimmte Sachen, die kann man natürlich nicht aufhalten oder nicht aufrechterhalten. Also, wenn jetzt irgendwie als Gutenberg die Buchdruckmaschine erfunden hat, sich die vorherigen Schreiber alle zusammengetan hätten und insistiert hätten, dass weiterhin Bücher abgeschrieben werden und dann sozusagen Genossenschaften gebildet werden, das wäre ziemlich sinnlos gewesen, würde ich mal behaupten. Und auch auf unglaublich niedrige Einkommen und so weiter hinausgelaufen. Die andere Frage ist halt eben, aber bei solchen Betrieben, die müssen ja nicht, die müssen keinen Mehrwert abschöpfen, der irgendwie mit dem Eigentümer, der irgendwie Managern zugute kommt, der etc. Also, die können ganz andere finanzielle Überlegungen anstellen und dann ist ja auch die Frage, wir reden die ganze Zeit eigentlich immer davon, dass sozusagen die monetäre und finanzielle Logik nicht die einzige ist. Warum machen wir sie dann zum Einzigen, wenn wir solche Sachen betrachten? Ist es in Anführungszeichen Selbstausbeutung, wenn ich 400 Euro weniger verdiene, als im gleichen Beruf in einer kapitalistischen Fabrik, aber wenn ich dafür irgendwie mit meinen Kollegen jeden Tag irgendwie diskutiere und ohne eine Arbeitshierarchie und ohne den Druck irgendwie leben kann, wenn ich in dem Moment, in dem meine Kinder krank sind, einfach anrufe und zu Hause bleiben kann, wenn ich später kommen kann und deswegen nicht entlassen werde, etc., etc. Also diese ganzen Sachen, die da noch mit reinlaufen, sind denke ich ganz, ganz wichtige Aspekte. Es geht jetzt nicht darum, sozusagen den 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 Kapitalismus zu retten, in dem alles, was der Kapitalismus nicht mehr machen kann, dann irgendwie in Genossenschaften übernommen wird. Und da möchte ich auch nochmal zurückkommen auf die Frage, ob man warten kann, dass sie, dass sozusagen sich die Genossenschaften ausbreiten. Nein, kann man nicht. Also es ist eine, der vielen Sachen, die dort irgendwie laufen und vor allen Dingen eben die, wie ich in Anlehnung an Drimmerflo das nenne, die konfliktive Selbstverwaltung. Also das heißt, eine Selbstverwaltung, die nicht daraus entsteht, dass sich Freiwillige zusammentun und dann irgendwas sozusagen selbst neu gründen oder sowas, das ist schön und gut, finde ich gut. Finde ich auch, ist von den Arbeitsbedingungen her angenehmer, kann auch viele positive Effekte haben, aber es geht um die Konfrontation mit dem Kapital. Es geht darum, dem Kapital diese Sachen streitig zu machen, diese Betriebe abzuzwingen, ihnen die Maschinen abzuzwingen, ihnen sozusagen diese Logik von Eigentum an Produktionsmitteln in Frage zu stellen. Die Genossenschaften werden sich nicht einfach ausbreiten wie ein Ölteppich. Das war ja die Diskussion Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen den Genossenschaftlern aus der alldemokratischen Ecke und Rosa Luxemburg, die das stark kritisiert hat. Die werden sich nicht einfach ausdehnen wie ein Ölteppich und irgendwann sind es dann überall Genossenschaften. Sonst hätten wir jetzt schon ganz viele, weil Genossenschaft, es gab ja große Wellen von Genossenschaftsgründungen. Das Problem ist, aber halt das auf Dauer und so auf lange Sicht hin sind eben, also wenn wir die Gesamtgenossenschaften und das Gesamtkapital betrachten, ist natürlich kapitalistisch organisierter Privatbetrieb, der auf Ausbeutung, Mehrwertmaximierung und so weiter aus ist, hat ein starkes Wachstum als genossenschaftlich selbstverwalteter, kooperativ organisierter, demokratisch organisierter Sektor mit fairen Löhnen und so weiter. Das heißt, wir können irgendwie immer wieder solche Sachen gründen, selbst gründen. Solange wir das Kapital nicht angreifen, in allen Bereichen und zwar sowohl durch die der Besetzung, aber auch eben, wie das Klimafloh betont, durch die Verteidigung der Rechte von Arbeitenden, von Einkommen und so weiter und so fort, von Bedingungen im Allgemeinen, also eben nicht nur in den besetzten Unternehmen, das muss zusammenlaufen. Also solange das nicht zusammenläuft, wird natürlich der privatkapitalistische Sektor immer schneller und mehr wachsen als ein demokratisch selbstverwalteter, organisierter Sektor oder ein wohlwollend, in Anführungsstrichen, staatlicher Sektor. Also es muss klar sein, dass eben bestimmte Bereiche vollkommen dem Markt entzogen werden, also deswegen ist auch die Diskussion zum Beispiel, denke ich, ungenügend, wenn jetzt viel diskutiert wird, okay, Gesundheitssystem darf nicht privatisiert werden oder soll wieder unter Allgemeinheit, ja, klar, aber genauso müssen wir irgendwie Patente abschaffen, wir müssen irgendwie die Verkäufer von medizinischen Geräten dazu verpflichten, dass eben das kein Gewinnbereich ist, weil ansonsten kann der Staat das übernehmen und dann zahlt die Allgemeinheit den ganzen Kram an die Konzerne in den anderen Bereichen zurück. Das heißt, dass diese Sachen können immer nur ein Teilaspekt von der gesamtgesellschaftlichen Lösung sein, das heißt aber nicht, dass wir aufgeben, irgendwie um diese Teilaspekte zu kämpfen, also das ist ja da, wo wir Fortschritte machen können und da, wo es die Möglichkeit gibt, eben in diesen Konflikt zu treten und diesen Konflikt auch zu gewinnen in einer gewissen Weise, in Einzelfällen und daraus eine Bewegung zu machen, da sollen wir das auch tun. Du hattest schon erzählt, dass Ende April ein Gesetzesentwurf in Argentinien vorgelegt wurde, zur Rückaneignung dieser Betriebe. Welche Rolle spielt so ein Gesetz? Macht das einen Unterschied? Du hast ja gerade gesagt, so ein Kampf kann nicht isoliert geführt werden. Das muss möglichst mit vielen Akteuren und mit vielen Campen in Verbindung bleiben. Wie ist das mit so einem Gesetz und ja, wie sieht es aus? Tja, also es verändert natürlich, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, es verändert sozusagen die gesamte Ausgangslage. Also die Arbeitenden sind eigentlich die Arbeitenden und die umliegenden Communities organisierten Communities sind die einzigen, die dafür sorgen können, dass eine Wirtschaft entsteht, die im Dienste der Gesellschaft steht und nicht eine Gesellschaft in den Dienst der Wirtschaft gestellt wird, wie es jetzt der Fall ist. Das heißt, da muss eine Stärkung erfolgen. Und so ein Gesetz, wie gesagt, das ist Resultat der Kämpfe, das ist nicht die Voraussetzung der Kämpfe, dieses Gesetz macht es eben möglich, dass es in erster Linie und dass die Ersten bei so einer Pleite, die sozusagen angesprochen werden, könnt ihr das, wollt ihr das weiterführen, sind die Beschäftigten. Das ist wichtig, das erhält nicht nur Arbeitsplätze, das erhält lokale und regionale ökonomische Kreisläufe, das gibt völlig andere Möglichkeiten, als die augenblickliche Gesetzgebung, die sozusagen davon ausgeht, das ist komplettes Privateigentum, die Arbeiter haben überhaupt kein Recht da drauf, die haben höchstens ein Recht, aber auch als Letzte ihre Löhne ausbezahlt zu bekommen, die nicht ausbezahlt wurden oder eine Abfindung zu erhalten und dafür wird, weil das Privateigentum ist, wird das alles zerschlagen und in Einzelstücken und Maschinen und so weiter verkauft. Das ist ja die absurde Situation da, dass also Viome hat ja zum Beispiel ständig irgendwelche Räumungsverfahren, weil der Anspruch da ist, dass Viome sozusagen zerschlagen wird, die Maschinen und die Immobilien verkauft werden, um andere ehemalige Beschäftigte dieses Unternehmens auszubezahlen mit dem, was ihnen angeblich noch geschuldet wird. Also völlige Wahnsinnssituation, die nur im Kapitalismus logisch ist und die Gesetze des Kapitalismus gelten nur im Kapitalismus. Da sollten wir uns auch nochmal klar sein, das sind keine Naturgesetze. Also wir können da schon rausgehen, wir sind da ja reingegangen als Menschheit, also können wir da auch gerne wieder rausgehen. Also nicht so einfach, aber es geht. Und von daher sind solche Gesetze sehr wichtig, weil sie Möglichkeiten aufmachen. Und wie gesagt, nochmal, also die 40-Stunden-Ruhe, die 38,5-Stunden-Ruhe und so weiter, das war ja nicht das Resultat des Wohlwollens der Unternehmer oder die gemeinsame Einsicht der Regierung und der Staates und der Unternehmer. Das waren Resultate von Kämpfen. Genauso ist das auch als Resultat von einem Kampf zu betrachten. Und das heißt, es muss organisiert in einer bestimmten Weise genutzt werden und es muss immer ein Kampf da sein, um das zu verteidigen und um das weiter auszuweiten. Das ist, also jede Veränderung sollte stets als eine Grundlage für eine Verbesserung der Situation und für weitergehende Kämpfe betrachtet werden und nicht als jetzt endgültiges Resultat. Das wird auch kein Resultat bleiben. Also sollte sozusagen dieser Druck nachlassen, dann wird es die nächste Regierung wieder abschaffen oder es wird bestehen, ohne dass es umgesetzt wird. Also es gibt ja auch in Deutschland unglaublich viele wunderbare Gesetze und Regelungen, die einfach schlichtweg nicht angebracht werden und nicht angewandt werden. Gesetze sind, es ist ein Irrtum anzunehmen, dass Gesetze irgendwas mit Objektivität oder irgendwas zu tun haben. Gesetze sind A, eine Sache der Interpretation, deswegen gibt es ja Rechtsphilosophie, unglaublich großen Bereich und das Resultat ist, wie sie angebracht werden und was mit ihnen geschieht und was entschieden wird, wie, ist ein Resultat der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Also, wenn jetzt zum Beispiel die Bewegung rund um die Frage der Enteignung und Miete und so weiter in Berlin weiter wachsen, sich weiter verstärken, einen Weg finden, sich weiter zu organisieren und Druck aufzubauen, dann werden ganz sicher auch alle möglichen Entscheidungen in Gerichten zu Mietrecht, zu Räumung und so weiter anders ausfallen, als sie das tun. Die Gesetze und Entscheidungen von Gerichten sind Folge von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen, gesellschaftlichen Debatten und gesellschaftlichen Stimmungen. Also, es sind alles politische Fragen. Darauf haben wir mit Druck und Bewegung und so weiter Einfluss. Es ist eine bürgerliche Illusion zu glauben, dass Gesetze, Regelungen, Institutionen irgendwas mit Objektivität zu tun hätten, irgendwie sozusagen immer gleich sind oder in einer bestimmten Form angebracht werden, etc. Sie können Vorteile oder Nachteile schaffen und wie sie das tun, wie sie entstehen und wie sie angebracht werden, wie sie interpretiert werden, ist eine Frage der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Super und apropos Solidarität, Manfred Neugrode informiert, dass bei VioMediaStrom abgestellt ist. Sie vom Griechenland Solidarität haben für einen Generator als Notstrom Aggregat, also wenn ihr spenden wollt, unterstützen wollt, bitte auf gskk.org gskk.org Das steht schon auf unserem Cloud. Wir schreiben das nochmal im Chat gskk.org gskk.org Gut, Dario, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben noch zwei Fragen. Und zwar Danke nochmal kurz an Manfred, ganz wichtige Initiative, da einen Generator wieder hinzustellen, also sozusagen gemeinsamer Versuch der Regierung, die dann eben die Strombehörden in diesem Fall nutzt, um VioMedia abzuwürgen, als Beispiel dafür, dass es eben doch anders geht. Und VioMedia ist auch ein gutes Beispiel dafür, wie sie mit anderen Bewegungen verknüpft sind. Sie haben erst kürzlich 1500 Seifen für Moria, für das Flüchtlingslager gespendet. Sie haben damals, als die ganzen Flüchtlinge zum Beispiel an der Grenze im Norden in Griechenland hängen geblieben waren und nicht rüber kamen, hat VioMedia einen Kleintransporter gekauft und ist da einmal in der Woche hochgefahren, um Kleidung und Unterstützung hochzubringen, Lebensmittel, etc. Ihre Logik war übrigens ganz einfach. Sie haben gesagt, wir sind Arbeiter und das sind Arbeiter, Punkt. Und das zählte für sie und das zeigt auch nochmal, und das haben sie nicht gemacht, weil sie vorher alle schon super linksradikale Genossen und Genossellen waren. Klar gab es da drin Aktivisten und Linke etc., aber das ist ein Bewusstsein, was bei diesen VioMedia Leuten in den Kämpfen, die sie geführt haben und führen mussten, entstanden ist. Gut. Ich möchte fragen, wo du in Deutschland Möglichkeiten zu einem Ansatz für solche Betriebsübernahmen siehst. Wie ist das zum Beispiel in der Autoindustrie und gehst du davon aus, dass die Auseinandersetzungen mit der kapitalistischen Struktur im jeweiligen Stadt fast eine notwendige Voraussetzung dafür ist, dass die Übernahme tatsächlich langfristig Erfolg hat, dabei die Gegenstruktur gelernt wird. Ich beziehe mich dabei auf das aus Uruguay erwähnte Beispiel. Also wo sehe ich die Möglichkeiten? Also ich meine die Möglichkeiten gibt es überall, die hängen weniger mit dem tatsächlichen spezifischen Zweig der Produktion zusammen, wobei Produktion in diesen Diskussionen auch mal Dienstleistungen mit einschließt. Sie können überall sein. Also in Argentinien gibt es fünf Kliniken, die Privatkliniken waren und dann übernommen worden sind, bei Schließung von den Beschäftigten besetzt wurden und dann wurde auch tatsächlich durchgesetzt, dass es jetzt selbstverwaltete genossenschaftliche Krankenhäuser sind. Es gibt Schulen, es gibt alles. Wo sehe ich die Möglichkeiten? Das hängt in der ersten Linie davon ab, wo sich die Leute organisieren und dazu bereit sind, diesen Schritt zu gehen und das zu tun. Das kann man nicht von außen, das kann man auch nicht anhand des Sektors bestimmen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen zur Erfahrung im Wombat Hotel erzählen, das war ein Kampf hier in Berlin. Ja, also es gab es genau, wie zum Beispiel im Wombat Hotel, auch da Beispiel, viele junge migrantische Arbeitskräfte eben mit ein bisschen Vorwissen zu solchen Fällen, mit anderen, die sich dafür interessiert haben, etc. Und es gab Auseinandersetzungen schon immer, also schon sehr früh in dem Wombat Hotel um Bezahlung und Arbeitsbedingungen und als es dann geschlossen wurde, haben sich die Beschäftigten zusammengeschlossen und ihre Idee war eben dieses Hostel zu übernehmen in Selbstverwaltung. Das hat nicht funktioniert, aber es sind einige von denen immer noch nach wie vor zusammen aktiv in verschiedenen Sachen und fördern und bestärken jetzt auch diese Vorstellung eben dieser Betriebsübernahme. Das ist zum Beispiel ein, also man gesagt, Hotel Bauen in Buenos Aires steht da seit 20 Jahren. Ich glaube, es hatten zehn, elf Stockwerke oder sowas. Ich war da auch schon ein paar Mal drin runtergemacht. Also es ist in jedem Bereich möglich und es sollte auch einfach in jedem möglichen Bereich geschehen. Aber ich bin da ehrlich gesagt, ich kann die Sachen untersuchen, die bestehen. Ich kann Sachen unterstützen, die Initiativen unterstützen mit Kontakten, etc., die sich an mich wenden. Ich bin aber nicht derjenige, der sozusagen als Wissenschaftler, ich habe nicht die Kristallkugel, ich bin nicht der Arbeiter. Das wissen die Arbeiten denn am besten, wo was möglich ist und es sollten sich alle, die tatsächlich auch irgendwo arbeiten und arbeiten müssen, darüber Gedanken machen, inwiefern das möglich ist, dort, wo sie arbeiten oder notwendig sein wird, da, wo sie arbeiten. müssen wir in diese Auseinandersetzung reingehen? Ja, natürlich müssen wir, wir müssen das Kapital überall angreifen, wo wir es können und wo es geht. Dieser Konflikt ist wichtig. Wenn ich an das Beispiel Uruguay denke, dann ist halt die Frage, ja, wie hätte das anders laufen können? Also ich bin ja jetzt nicht dagegen, dass sozusagen Lösungen angeboten werden, um das zu lösen, aber wie kann sozusagen dann eben auch bei solchen Lösungen ein Klassenbewusstsein und eine Kampfbereitschaft erhalten werden, da drin, diese Konfliktbereitschaft und das ist übrigens auch die große Frage, die sich auch jeder nach zwei Jahren Kampf zur Genossenschaft gewordene Betrieb irgendwie stellen muss, ja, weil es ist, ist ja nicht so, dass du von dieser Erfahrung ewig zehren kannst, du bist ja dann auch wieder im Alltag drin, du bist dann irgendwie, es kommen neue Beschäftigte dazu, die diesen Kampf gar nicht geführt haben, die nicht aus dieser Erfahrung kommen, wie kann das erhalten werden? Ein Mittel dazu ist eben tatsächlich diese Vernetzung mit diesen ganzen anderen sozialen Bewegungen und auch eben anderen Betrieben aufrecht zu erhalten, damit du A, ständig merkst, wie diese Logik dort einfach eine andere ist und B, auch in diesen allgemeinen Auseinandersetzungen drin ist, also solche Sachen, die China Wer zum Beispiel macht, dass ein Tag im Monat ist halt irgendwie, du gehst irgendwo hin anders und unterstützt eine andere Besetzung, einen anderen Arbeitskampf, einen anderen Streik oder wie das Riemaflor eben macht oder die Verbindung zu anderen Betrieben, das ist total wichtig, das ist unglaublich wichtig und natürlich auf, denke ich mal, mittlere und lange Sicht hin zu gucken, wie kann die Verbindung laufen zu Selbstorganisierung im Stadtteil und in der Stadt, also weil letztendlich sozusagen, wenn ich jetzt dieses Gedanken von Marx, der Koordination der Genossenschaften und so weiter irgendwie weiterentwickele und gucke, wie kann eigentlich so eine anders demokratisch kollektiv organisierte Gesellschaft aussehen, dann ist ja klar, es können ja nicht nur die Arbeiter sein, die dann irgendwie entscheiden über eine Produktion, wenn das vergesellschaftet ist, warum sollten die dort Arbeitenden, also klar, über die Arbeitsprozesse schon, aber über die Fragen, was produziert wird, warum sollten die da mehr darüber entscheiden, als andere in der Gesellschaft, also letztendlich müssten wir dann sozusagen zu einem Modell kommen, wo es gemeinsame Entscheidungen gibt, von drei verschiedenen Sektoren, die drei verschiedenen Interessen haben können, das sind einmal die Beschäftigten, das sind einmal die umliegenden Communities, die vielleicht andere Schwerpunkte setzen, die Beschäftigten wollen zum Beispiel eine zusätzliche Produktionslinien einrichten, die umliegenden Communities sagen, lieber noch irgendwie mehr Filteranlagen oder ein bisschen Lärmdämmung und die Konsumenten und Konsumentinnen, die vielleicht sagen, okay, lieber warst du ein bisschen teurer, aber bessere Qualität wäre uns lieber als jetzt mehr und billiger, also diese drei Sektoren, wie man die alle irgendwie zusammenkriegen, das ist, wie gesagt, im Moment gibt es diese Außerfläche Venezuela zu den organisierten Selbstverwaltungen und ein bisschen in Argentinien teilweise mit den Nachbarschaften und so weiter, aber es gibt ja in anderen Ländern nicht die Strukturen, dass du diese anderen Sektoren mit einbeziehen kannst in die Entscheidung, also deswegen ist das sozusagen der vorläufige Schritt, der da ist und gemacht werden kann und es ist aber jenseits dieser ganzen wirklich politisch emanzipatorischen Überlegung, wenn wir die schlimmste Krise jetzt der letzten 100 Jahre vor der Haustür haben oder über 100 Jahre, dann heißt es einfach, wir werden Millionen von Leuten haben, die keine Beschäftigung mehr haben, die kein Einkommen mehr haben, die nicht mehr wissen, wie die über die Runden kommen können, die ihre Miete nicht mehr bezahlen können, daraus wird folgen, dass unglaublich viele andere Geschäfte Einnahmen einbußen haben, dass auch irgendwie die Leute weniger Geld haben für auch für linke Projekte, auch für Spenden, auch für andere Sachen, dass die Möglichkeiten des Drucks durch die Arbeitgeber, durch die Unternehmer viel größer werden, weil Menschen viel abhängiger sind von ihren Arbeitskräften. Also es geht ja nicht nur irgendwie jetzt darum, sich zu überlegen, wie bauen wir den Sozialismus auf, es geht ganz konkret und darin liegt die Glaubwürdigkeit der Linken, es geht konkret darum, die konkret entstehenden Probleme von Leuten zu lösen oder Lösungsansätze mit zu unterstützen von Leuten, die auf den Verkauf ihrer Arbeitskraft angewiesen sind. Dario, vielen Dank, super Input, super Antworten, danke, danke euch für eure aktive Teilnahme, es war eine sehr bereichende Sitzung. Wir hoffen, wir sind euch beim Webinar ab nächster Woche, wie gesagt, wir finden den Link zur Anmeldung im Chat, das schreibe ich nach dieser Session, also ihr finden das auch auf unserer Facebook Seite und auf unserer Webseite dieser Lecture bleibt auch online auf Facebook und auf YouTube auf unserer Mediatek ihr könnt jederzeit dazu greifen vergesst nicht, dass wir dienstags mittwochs und freitags diese Livestream Sessions immer haben gegen 18 Uhr manchmal 17 Uhr aber wir informieren euch rechtzeitig wir sind die Rosa Luxemburg Stiftung ich bin Adriana Yi und bis zum nächsten Mal vielen Dank vielen Dank an die Stiftung und vielen Dank an alle die sich zugeschaltet haben zugehört haben mitdiskutiert haben und ja ich hoffe viele können am Webinar teilnehmen und ansonsten hoffe ich dass es auch möglichst viele Anlässe gibt um meine Forschung in Deutschland fortzusetzen in den nächsten Monaten und Jahren und es zu vielen Betriebsbesetzungen und Übernahmen kommt danke danke tschüss schönen Abend tschüss das bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020